Ich lasse mir nicht absprechen, dass ich einen herzlichen VfB habe. Was ist passiert? Der VfB Stuttgart führt mit 2 zu 1, ich kann es nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat. Nach 1950, 1952 und 1984 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Kitzelsberger! Er passt! Geniera! 2 zu 1! Zürung! Und jetzt ist das Pilot! Der VfB ist Deutscher Meister! Alles oder nichts, das komplette Fleisch ist aus dem Grill in die Ecke gekommen! Und endlich! Und endlich! Herzlich willkommen zu VfB STR! Mein Name ist Ricky Palm und mit mir im Fanprojekt sitzt Sebastian Rose. Hallo Sebastian! Hallo Ricky! Sieg in Frankfurt, Sieg gegen Sand, Kanter-Sieg gegen Mainz. Abgesehen von den erneuten Vorfällen zwischen der Polizei und den Fans, war das ein ziemlich perfektes VfB-Wochenende. Sebastian, was ist los mit diesem Verein? Ja, ich muss mich auch kneifen, tatsächlich am Sonntag. Ich habe dann mir das Spiel der U19 noch dreimal angeguckt, um dann zu wissen, was VfB so ein bedeutet. Nee, also gerade läuft es für einen VfB, absolut. Wir sprechen heute darüber. Der VfB wird wirklich so langsam unheimlich in Frankfurt. Cruisen wir zu einem ungefährdeten 2 zu 1 Sieg. Wie das gelingen konnte, besprechen wir in dieser Folge. Am Samstag kommt der SV Werder Bremen nach Stuttgart. Ein unangenehmer Gegner, wie ich finde. Wir sagen euch, wie wir ihn dennoch schlagen können. Nur vier Tage später kommt die Borussia aus Dortmund für das Pokal-Achtelfinale nach Cannstatt. Warum wir glauben, dass die letzten Erfolge des BVB nur gut für uns sein können, erklären wir euch in der Vorschau. Letzte Woche gab es auf die 12. Diese Woche wurde ausgeteilt, Sebastian. Die VfB-Frauen sind Herbstmeister in der Oberliga. Da freuen wir uns natürlich alles dazu später in der Sendung. Und wir haben natürlich noch die U21 und die U19 mit dabei. Es gibt News bezüglich des Profikaders. Ja, Teaser wichtig heutzutage. Absolut. Und wenn ich noch Lust habe, lasse ich mich von dir grillen. Ja. Dann kannst du mich fragen, warum ich meine Seele verkauft habe. Für die Collectibles. Für die Collectibles, die Werte abgegeben habe. Mal gucken, wenn wir Bock drauf haben, dann machen wir das noch. Gut, zum Schluss. Wenn euch VfB STR gefällt, dann bewertet uns gerne auf Spotify und Apple Podcasts. Und wenn ihr gerade über YouTube dabei seid, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und natürlich auch ein Abo. Und dann haben wir noch eine Information für alle, die sich wundern, dass die Folge heute relativ spät veröffentlicht wird. Das hat ein Grund, Sebastian. Ja. Es gibt einen Fahrplan jetzt, ganz offiziell vom VfB, damit wir möglichst große Reichweite haben. Und das bedeutet, wir veröffentlichen unsere Audio-Folge in den üblichen Podcatchern. immer um 0 Uhr von Mittwoch auf Donnerstag. Und die YouTube-Folge, die kommt ja meistens eh erst am Donnerstag. Die kommt dann am Donnerstag morgen um 10. Also, ihr müsst abends, wenn ihr gerne um 11 ins Bett geht, zum Beispiel am Mittwoch, nicht auf die Folge warten, denn sie kommt erst um 0 Uhr. Ich würde euch vorschlagen, vielleicht ab und zu dann doch mal reinzugucken. Ja, weiß ich nicht. Aber ja, also das ist der Plan, den wir uns jetzt vorgenommen haben. 0 Uhr spätestens soll der Podcast online gehen und die YouTube-Ausgabe gibt es dann donnerstags ab 10 Uhr gesichert. Aber es kann schon sein, dass wenn wir irgendwie um 21 Uhr, 22 Uhr fertig sind mit dem Schnitt, dass wir dann auch den Podcast schon raushauen. Aber spätestens um 0 Uhr ist er bei euch auf eurem Endgerät. Ich meinte aber eine andere Information, die wir noch mit den Zuhörerinnen und Zuhörern troppen wollten. Genau, denn jetzt ist es halt tatsächlich schon 19.31 Uhr. Normalerweise nehmen wir viel, viel früher auf. Warum wir jetzt erst die aktuelle Folge aufnehmen, liegt daran, dass wir vor dieser Folge schon eine Folge aufgenommen haben. Und wir hatten einen Gast und der Tisch war gedreht und wir haben mit VfB Stuttgart 1893 AG CEO Alex Werle eine Stunde geplaudert und es war wirklich nett. Und die Folge kommt am Freitag, das heißt, ihr seht diese Folge vor der Folge, die wir vor dieser Folge aufgenommen haben. Was in meinem Kopf schon wieder relativ große Schmerzen verursacht. Deswegen sage ich auch gar nichts weiter dazu. Die ganzen heißen Informationen, die wir bekommen haben, müssen wir jetzt ausblenden. Rausschneiden, ja. Du musst doch alle Hot-Tags rausschneiden. Richtig. Als hätten wir diese Informationen alle nicht. Das wird jetzt auch wirklich super interessant. Aber ich möchte es auch noch sagen, es war wirklich ein cooles Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht mit Alexander Werle hier ein bisschen zu plaudern. Er war ganz locker drauf, muss man sagen. Und ihr könnt euch wirklich da auf eine interessante Folge freuen. Wir versuchen heute die Ausgabe, ich weiß, ihr kennt das, wenn ihr schon länger bei STL dabei seid, kürzer zu halten. Das heißt nicht zu kurz, sondern irgendwas zwischen 90 und 100 Minuten, sodass es für euch nicht zu viel Content ist am Ende. Also am Freitag, wie gesagt, dann nochmal, ich glaube sogar mehr als eine Stunde mit Alexander Werle. Genau, aber die könnt ihr auch tatsächlich nach dem Spiel gegen Bremen gucken, weil die ist zeitlos. Genau. Und dann noch eine Information. Wir haben gesehen, die Dortmund-Folge, die wir aufgenommen haben, wo wir sehr viele Szenen von der DFL eingespielt haben, die kam richtig gut an. Die hat uns auch sehr gut gefallen. Wir haben aber jetzt die Information bekommen, dass wir den Content, den wir ausgespielt haben, in Bewegtbild vielleicht etwas überzogen haben. Das heißt, wir können nicht so viele Szenen zeigen. Ist leider so. Wir arbeiten gerade händeringend an einer Lösung. Der VfB Stuttgart versucht uns da so ein paar Möglichkeiten zu geben, wie wir eine ausführlich bebildete Analyse zur Verfügung stellen können. Und sobald das spruchreif ist, melden wir uns nochmal bei euch. Heute gibt es auch Bewegtbild, das können wir schon sagen, nur nicht ganz so ausführlich wegen Dortmund. Trotzdem lohnt es sich dabei zu sein. Genau, und das ist eine Vorgabe der DFL, dass man nicht so viele Spielszenen zeigen darf. Insofern, hate the game, not the player. Eure scheiß Stimmung! Da seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir! So sieht es nämlich aus. Gut, lass uns über Frankfurt sprechen. Am Samstag fand das Topspiel der Fußball-Bundesliga in Frankfurt statt. Und für mich war das wirklich ein tolles Spiel. Ich war total gehypt auf diese Partie. Und mal davon abgesehen, dass ja Leverkusen und Bayern vor uns lagen und auch einen guten Lauf haben, sind halt für mich Stuttgart und Frankfurt gerade die besten Teams in der Liga. Also rein, was die Performance jetzt gerade angeht. Also das sind für mich zwei absoluten Top-Teams, deswegen habe ich mich sehr darauf gefreut. Konnte denn das Spiel deiner Meinung nach die Ansprüche, die man so an ein Topspiel stellt, erfüllen? Ja, ich war ja vor Ort und ich finde das Stadion in Frankfurt einfach brutal geil. Also drumherum ist ja Wald, was ich schon mal richtig gut finde. Und das Stadion in Frankfurt, der Deutsche Bankpark, ist ja nicht größer als das Neckar-Stadion. Es wirkt aber viel, viel größer, weil es halt steiler gebaut ist, weil es komplett geschlossen ist und so weiter. Also normalerweise geile Stimmung. Du hast normalerweise auch zwei sehr, sehr geile, aktive und laute Fanszenen. Von Frankfurter Seite kam aus angemessenem Grund nicht viel. Darüber sprechen wir gleich. Und das Spiel an sich hat dann meine Ansprüche auch so ein Stück weit erfüllt. Aber natürlich, ja, wir müssen darüber sprechen, dass der Support der Eintracht-Fans fehlte und sie hatten einen guten Grund dafür. Und ich glaube schon, dass auch das Spiel der Eintracht ein Stück weit beeinträchtigt hat. Das glaube ich auch. Es gehört inzwischen offenbar dazu, dass man neben dem Sportlichen auch über die Polizeieinsätze am Rande einer Fußballpartie sprechen muss. Wir sagen gleich dazu, auch das wollen wir diesmal ein bisschen kürzer halten. Zum einen konnte weder ich, ich glaube, du auch nicht mit Beteiligten oder mit Anwesenden sprechen und sich da irgendwie mal austauschen. Und wenn ich das richtig verfolgt habe, sind nicht mal die Involvierten genau imstande zu erklären, was da eigentlich passiert ist. Da erinnere ich mich an eine Aussage von Eintracht-Vorstandsmitglied Philipp Reschke. Der meinte, über den Anlass gibt es natürlich unterschiedliche Versionen und Meinungen, also was da am Samstag sich zugetragen haben dürfte. Mittlerweile muss man aber auch sagen, stützt die Eintracht in weiten Teilen die Darstellung der Polizei. So, das ist das, was man jetzt hört von Eintracht Frankfurt. Nicht alles wird so übernommen, aber grundsätzlich vom Ablauf selbst wird da eine Menge auf jeden Fall bestätigt seitens der Eintracht. Die Bilder werdet ihr alle gesehen haben. Zwischen der Polizei und einigen Frankfurt-Fans kam es vor dem Hainblock in Frankfurt zu einer heftigen Auseinandersetzung. Von der Polizei wurden unter anderem Schlagstöcke, CS-Gas und Pfefferspray eingesetzt. Und nach Polizeiangaben soll der Auslöser ein Angriff von 20 Eintracht-Fans auf einen zivilgekleideten Mitarbeiter des Veranstalters gewesen sein. Dieser soll irgendwie eine Person festgehalten haben, die sich angeblich Zutritt zum Block verschaffen wollte, aber kein gültiges Ticket hatte. Das ist die überlieferte Geschichte seitens der Ordnungskräfte, seitens Eintracht Frankfurt und seitens der Polizei. Die Ordnungsdienste riefen dann die Polizei um Hilfe, als es diese Übergriffe gab. Und jetzt wird es halt interessant, weil jetzt wissen wir nicht genau, wie das alles ablief. Es soll wohl so gewesen sein, in dem Moment, wo die Beamten und die Beamtinnen am Ort des Geschehens eintrafen, flogen Flaschen, Pyro und schwere Eisengitter. Und ich möchte es gleich mal wegsagen, das geht nicht. Punkt. Es geht nicht. Du kannst nicht die Polizei angreifen. Ich sehe ja eindeutig wirklich auch Grenzen für eine mögliche Selbstverteidigung klar überschritten. Es geht einfach nicht. Und ich möchte auch noch eins klar sagen, das ist was ganz anderes, als das, was sich vor zweieinhalb Wochen hier in Cannstatt zugetragen hat. Weil da war deutlich die Absicht, einiger Fans, Ultras, organisierte Fanszene, was ihr wollt, zu erkennen, die Situation zu deeskalieren. Und das konnte man jetzt hier nicht sehen. Genau, und der Wille zur Deeskalation war in Frankfurt nicht gegeben und das schreibe ich jetzt auf wirklich beiden Seiten zu. Aber hundertprozentig. Und wirklich jedem, der in Frankfurt war und zum Spiel gegangen ist, dem ist aufgefallen, dass es unfassbar viele Polizeiautos gab. Und es wurde ja hinterher auch klar, Eintracht Frankfurt hatte vor der Saison das Spiel in der Kategorie gelb, das heißt unter Beobachtung, einkategorisiert. Und die Polizei hat es dann auf rot gesetzt für sich, ohne Eintracht Frankfurt Bescheid zu geben. Und es waren wirklich unfassbar viele Polizisten und Polizistinnen um dieses Stadion herum. Und man wusste nicht genau, warum eigentlich. Und das war schon ein bisschen komisch. Ja, im Nachhinein muss man ja sagen, dass es durchaus wohl Indizien dafür gibt, dass die Polizei schon ein Statement setzen wollte an diesem Spieltag. Und nach allem, was man so hört, war es wohl auch so, dass dieser Ottner-Vorfall, nenne ich es jetzt einfach mal, dazu genutzt wurde, um wirklich dann mal richtig auszuteilen. So, das ist, wie gesagt, das, was man aus der Frankfurter Fanszene hört. Ob das jetzt so ist, wir können es nicht überprüfen. Und ich finde, wir sollten jetzt hier auch in einem VfB-Podcast nicht versuchen, irgendwie die Frankfurtszene zu lesen. Absolut nicht, weil es gibt auch genug Formate schon, die das Thema umfassend diskutiert haben. Und die verlinken wir euch auch gerne in den Shownotes. Aber so, wie es sich für mich jetzt darstellt, ist der Auslöser der ganzen Situation ein oder mehrere Fans, die sich ohne gültiges Ticket Einlass zu einem Block verschaffen wollten, in den sie eigentlich nicht reingehen dürfen. Und am Ende der ganzen Geschichte stehen halt 200 verletzte Fans, Beamte, Beamtinnen, vielleicht sogar Rettungskräfte. Und da ist irgendwas komplett falsch gelaufen. So sieht es aus. Also es kann aus meiner Sicht nicht sein, dass sowas derartig eskaliert. Es muss der Polizei möglich sein, ohne so eine hohe Anzahl an Verletzten so eine Situation zu lösen. Ich meine, wir reden hier von 20 Mann und wir wissen, wie die Polizei bestückt ist, sage ich jetzt mal. Da sollte es doch möglich sein, auch noch mit den Ordnern, die ja auch noch vor Ort waren, die Situation anders zu lösen. Und dann kommen wir halt zu den Dingen, die, glaube ich, auch aktuell absolut zu Recht kritisiert werden. Das Einsetzen von CS-Gas oder Pfefferspray oder Tränengas, whatsoever, irgendwas wurde rumgesprüht und zwar einfach mehr oder weniger willkürlich in die Menge gesprüht. Und ganz ehrlich, wenn du diese Bilder siehst, da fällt mir einfach nichts mehr ein. Und ich möchte es nochmal sagen, mir fällt auch nichts mehr ein, wenn ich irgendwelche Eisengitter durch die Luft fliegen sehe auf Polizeibeamte. Das eine rechtfertigt das andere nicht, aber das ist einfach aktuell überhaupt kein Zustand mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, ob meine Sicherheit gefährdet ist, wenn ich ins Stadion gehe, weil ich in der Lage bin, mich vernünftig zu benehmen. Und wenn ich irgendwo eine Szene sehe, aus der vielleicht irgendwie ein Konflikt entstehen könnte, dann versuche ich mich da eigentlich fernzuhalten. Nur ich habe jetzt das Gefühl, ich habe gar nicht mehr die Gelegenheit dazu, weil im Zweifel hole ich mir gerade irgendwo eine Bockwurst oder so und kriege dann irgendwie eine Ladung Pfefferspray in die Fresse. Das kann es halt nicht sein. Oder ich kriege ein Eisengitter auf die Birne. Absolut, genau. Und du hast jetzt so ein wirklich unangenehmes Gefühl als Fußballfan, wenn du diese Bilder siehst. Und aus meiner Sicht wäre das vermeidbar gewesen. Und wie gesagt, ich kann es mit den Informationen, die wir bislang haben, einfach nicht abschließend für mich erklären, was da passiert ist. Deswegen will ich es auch hier gar nicht erst versuchen. Ich habe unzählige Videos auf X gesehen, die sind dann irgendwie 15 Sekunden lang. Dann siehst du einmal, ja klar, also hier rasten die Fans komplett aus, das geht gar nicht. Dann siehst du die Polizisten, die Schlagstöcke einsetzen und wie gesagt volle Möhre einfach ins Publikum reinsprühen mit irgendwas, CS-Gas oder was auch immer. So, das ist für mich nicht tragbar. Und ich sehe auf beiden Seiten keinerlei Deeskalation, sondern immer weiter Eskalation. Dazu kommen unzählige Falschmeldungen, auch von der Polizei. Ich erinnere da nur an den Tweet, Sebastian, der um 18.15 Uhr von der Polizei abgesetzt wurde in Frankfurt, als sie behaupteten, dass es zu einem Einsatz gekommen wäre, weil sich zwei rivalisierende Fangruppen zunächst irgendwie untereinander bekriegt hätten und sich dann gegen die Polizei gerichtet haben. Der Tweet steht bis heute immer noch so auf Twitter. Ja, und das ist halt ein Ding, also man kann ja natürlich in der Hektik der Lage vielleicht dann auch mal die Situation falsch einschätzen und auch eine Botschaft rausschicken, die falsch ist. Kann passieren. Aber nach 24 Stunden, nach 48 Stunden, nach 72 Stunden sollte man vielleicht diese Information, die öffentlich zugänglich ist von der Frankfurter Polizei und die offensichtlich komplett falsch ist, entweder löschen oder irgendwie einordnen. Und das finde ich dann tatsächlich schwierig. Genauso wie sich heute herausgestellt hat, dass zum Beispiel auch die Behauptung der Frankfurter Polizei, dass Rettungskräfte von Fußballfans verletzt worden seien, auch komplett falsch ist. Der ja klar sagt, das stimmt halt nicht. Und also ich tue mich schwer damit, da nicht von gezielter Desinformation auszugehen, weil genau das ist es. Weil sonst musst du solche Sachen löschen und auch die Stuttgarter Ultras haben mir, glaube ich, Anfang der Woche geschrieben, dass die Polizei ihre Meinungshoheit dann auf den sozialen Medien nutzt, um halt wirklich falsch Informationen zu streuen. Und ja, wie gesagt, ich tue mich schwer damit, das dann zu negieren, weil genau so scheint es zu sein. Und klar, es ist alles hektisch und es stehen vielleicht mal Informationen im Raum, die dann so nicht Bestand haben. Aber dann muss man sie einfach einordnen. Und du hast recht, also die ganze Situation aktuell ist halt wirklich, ja, verheerend, muss man sagen. Und ich hatte tatsächlich noch nie irgendwelche Angst, meine Kinder mit ins Stadion zu nehmen. Ich muss sagen, Samstag Flutlichtspiel gegen Werder Bremen oder auch dann nächste Woche Flutlichtspiel gegen Borussia Dortmund. Da muss ich sagen, da habe ich Bedenken, meine Kinder mit ins Stadion zu nehmen. Und das liegt ehrlicherweise nicht an Ultras. So, und so sehe ich es auch. Also da muss es jetzt irgendwie wieder einen Dialog geben. Da sind natürlich auch die Vereine gefragt, die Politik ist gefragt, der Verband ist gefragt, natürlich die Liga. Aber die Polizei, ja, auch da kann ich es überhaupt nicht nachvollziehen, dass man sich dem Dialog so widersetzt, wie es ja jetzt aktuell hier auch in Stuttgart der Fall ist. Genau, und die Mechanismen sind ja die gleichen, weil jetzt wird ja tatsächlich in Frankfurt, wurde eine Sonderkommission eingesetzt. Und die Frankfurter Polizei ermittelt jetzt, ob die Frankfurter Polizei alles richtig gemacht hat. Und also, wenn ich darauf wetten könnte, ich würde darauf wetten, dass die Frankfurter Polizei zum Schluss kommt, dass die Frankfurter Polizei alles richtig gemacht hat. Und ich würde mir da so, so sehr eine unabhängige Schiedsstelle wünschen, die ein bisschen weiter oben aufgehangen ist, auf Staatsebene, die sowas halt einfach mal dann wirklich ermittelt. Ja, und zum Thema Tränengas, Pfefferspray etc., da würde ich mir wünschen, dass solche chemischen Kampfstoffe einfach verboten sind in einem Stadion. Das geht aus meiner Sicht nicht. Also allein sollte es so gewesen sein, dass Tränengas eingesetzt wurde, dass man in dem Moment unter Umständen als Betroffener oder Betroffene noch nicht mal weiß, dass man sich die Augen nicht mit Wasser auswaschen darf oder sowas. Das ist einfach ein Unding. Das geht einfach so nicht weiter. Sorry, aber das geht einfach so nicht weiter. Und eins müssen wir, glaube ich, auch nochmal aufklären, den Tweet, den wir gerade zitiert haben von der Polizei Frankfurt, dass sich eben unsere Ultras mit den Frankfurter Ultras irgendwie geprügelt hätten. Dem wurde klar widersprochen, nicht nur von den Ultrakropierungen, sondern auch von Eintracht Frankfurt und auch der VfB Stuttgart hat klargestellt, dass hier keine Auseinandersetzungen zwischen zwei Fanszenen stattgefunden haben, sondern das war ein Binnenproblem der Eintracht. Ja, absolut. Und ich glaube, ungefähr zu dem Zeitpunkt, als der Tweet von der Frankfurter Polizei veröffentlicht wurde, stand ich im Umlauf des Auswärtsblocks im Waldstadion und habe mich mit einem Vertreter einer Stuttgarter Ultrakropierung unterhalten. Und seine größte Sorge war, dass der VfB europäisch spielt, weil dann die Doppelbelastung zu groß wird. Also so viel dazu. Auf der Seite des Stadions hatte man überhaupt keine Ahnung, dass auf der anderen Seite irgendwas passiert. Es waren überhaupt keine Stuttgarter Fans in irgendeiner Art und Weise involviert. Und ich glaube auch nicht, dass sich irgendwie ein, zwei oder fünf VfB-Fans dann da vor die Nordwest-Nordost-Kurve, also vor Block 40, verirren. Also der VfB und seine Fans waren da in keinster Weise involviert. So sieht es aus. Und wir hoffen natürlich, dass wir hier in Stuttgart wieder eine Situation hinbekommen, wie sie eigentlich immer war. Nämlich eine sehr friedliche Situation und ein Miteinander. Ja, ob es jetzt die Polizisten sind, die organisierte Fanszene oder einfach ganz normale Fans, die zum Fußball gehen. Wir hatten ja eigentlich über viele Jahre überhaupt keine Probleme. Es sei denn, der KSC war da. Also da nehme ich an eingekesselte Karlsruhe-Fans oder auch an Pyro auf Spielfeld von KSC-Fans. Aber ist halt auch schon eine Weile her. Und das war wirklich ein Ereignis, was wirklich für sich stand. Also das war nicht gar umgeben, sondern es war die Ausnahme. Richtig. Und es gab natürlich vereinzelt Vorfälle, das möchte ich auch nicht negieren. Bochum war so ein Spiel. Genau, auch da wissen wir, die Schuldfrage ist da auch durchaus diskutabel. So sieht es aus. Aber insgesamt hatte ich das Gefühl, dass wir es irgendwie hinbekommen. Also das war nicht so präsent wie jetzt in den letzten Tagen. Nein. Und das sollte es auch nicht sein. Es geht hier immer noch um Fußball. Wir sind ganz normale Menschen, die einfach nur ins Fußballstadion wollen. Die sich weder prügeln wollen, noch irgendwie Pfeffergas ins Gesicht bekommen wollen. Deswegen muss es einen Weg geben, wie die Situation wieder normalisiert wird. Wie man einfach wieder vernünftig miteinander umgeht. Und vor allem auch als, ich sag mal, ganz stinknormaler Fan ins Stadion gehen kann. Und sich keine Sorgen machen muss, ob man jetzt, was weiß ich, mit einem Eisengitter oder mit irgendwelchem Pfefferspray besprüht bzw. beworfen wird. Genau, und da finde ich es halt auch wieder spannend, dass dann halt irgendwelche obskuchen Polizeigewerkschaften nach den Vorfällen dann in die Öffentlichkeit gehen mit Pressemitteilungen, die so klingen, als hätte es ein beleidigter Teenager geschrieben mit drei Ausrufezeichen und von No-Go-Areas und präventivhaft für Ultras reden. Also, sorry, das ist halt komplett unprofessionell und das geht gar nicht. Und ich lese halt die Pressemitteilung, die Statements der Ultras und dann lese ich die von den Gewerkschaften und denke, hey, wer ist denn wer? Also, das eine ist professionell, das andere klingt halt total trotzig und wir müssen irgendwie wieder zusammenkommen. Und das ist ja genau der Punkt. Du merkst ja gerade bei diesen Statements, die du jetzt gerade ja aufgeführt hast, dass da offensichtlich überhaupt kein Bedürfnis da ist, die Situation wieder zu beruhigen und wieder abzukühlen und einfach wieder eine Situation hinzubekommen, dass man gemeinsam versucht, den Stadionbesuch so erträglich wie möglich zu machen. Mir ist das wirklich klar, dass die Polizei ihren Job machen muss. Und ich verstehe natürlich auch, wenn 20 Leute auf dem Ordner einprügeln, dass die Polizei kommt, diese 20 Personen festnimmt und von mir aus auch mit einem Stadionverbot belegt. Da kann man nochmal drüber sprechen, ob das unbedingt dann auch wirklich so drastisch sein muss, aber dass der dann vielleicht diese Saison kein Spiel mehr sieht. Okay, kann ich vielleicht mit leben. Du musst dich irgendwie benehmen. Du kannst keinen Ordner einfach in die Fresse hauen oder so. Das geht nicht. Genau, und wir können es auf einigen, das Stadion ist kein rechtsfreier Raum. Also da darf man keine Leute beleidigen ohne Konsequenzen. Darf man, wenn man, ein Stück weit zumindest, und man darf auf jeden Fall keine Körperverletzung begehen. Und wenn man das macht, dann muss man damit rechnen, dass man halt die nötigen Konsequenzen erleidet. Und das ist auch völlig okay so, ja. Nur aber auch da sind die Mittel entscheidend für mich. Ja, also wir reden hier von 20 Mann und wir haben am Ende, wir haben es vorhin gesagt, 200 Verletzte, 100, ich sag jetzt mal Zivilisten und 100 Beamte. So ist, glaube ich, die Zahl, die mittlerweile über die diversen Ticker ging. Und das ist für mich einfach nicht hinnehmbar. Das geht nicht. Und wer da jetzt die Schuld für trägt, wird sich hoffentlich irgendwie aufklären lassen. Ich bezweifle es ein Stück weit, weil ich nicht das Gefühl habe, dass beide Seiten daran Interesse haben, das wirklich aufzuklären. Sondern dass hier durchaus das Interesse bestand, an diesem Tag es einfach knallen zu lassen. Und das unterstelle ich beiden Seiten. Absolut, ja. Nur mit dem Unterschied, dass sich das der Polizei einfach nicht durchgehen lassen kann. Sie sollte eigentlich wirklich immer mit so einer deeskalierenden Einstellung an die Sache rangehen und nicht unbedingt die Situation noch entscheidender verschärfen als nötig. Genau. Und langfristig muss man sich ja auch immer überlegen, wenn es jedes Wochenende in irgendeinem Stadion knallt, wer geht denn noch ins Stadion? Nicht die Familien, sondern die Leute, die kein Interesse an Fußball haben, sondern auf Gewalt. Und die tragen teilweise keine Uniform, manchmal aber vielleicht Uniform. Und das ist eine Entwicklung, die finde ich halt sehr, sehr kritisch. Und da müssen wir irgendwie rauskommen. Bin ich absolut bei dir. Gut, es sollte kurz gehalten werden. Geht nicht. Gelang uns jetzt nicht so gut. Über die merkwürdige Stimmung hast du schon referiert. Du warst ja im Stadion. Ich war im Stadion, ja. Hast du überhaupt was mitbekommen? Weil ich kenne das so, wenn ich jetzt im Aussatzblock stehe, habe ich immer das Gefühl, okay, hier sind keiner außer wir. Und wenn man sich das Spiel dann im Fernsehen nochmal anschaut, merkt man auf einmal, ja okay, also wir waren schon sehr laut, aber die anderen hat man auch gehört. Ja, es war schon strange. Also ich war im Oberrang, was ich total geil fand, weil ich hatte echt so ein Scouting-Feed eigentlich. Und die Tore sind alle, also die VfB-Tore, vor meinem Tor quasi gefallen. Und als ich reinkam, war der Heimblock komplett leer. Und dann haben wir gemerkt, okay, die Fans, die Eintracht-Fans kommen wieder rein, supporten aber nicht. Und dann hat man natürlich Handy geguckt und so weiter. Aber es war schon strange Stimmung. Und was ich halt krass fand, ist, du hast da ein Stadion, das ist halt genauso groß wie das Neckar-Stadion. Da fehlen halt die Heimblock-Fans, da hast du natürlich die VfB-Fans, aber links und rechts sitzen immer noch 40.000 Leute. Und das Stadion ist komplett still. Und das finde ich krass. Also ohne Kurve, die Kurve ist der Motor des Stadions. Also die machen die Stimmung oder heizen die Stimmung an und die Ränge tragen das dann mit. Aber wenn dieser Anlasser fehlt, passiert gar nichts. Also das war brutal. Also komische Stimmung. Aber tatsächlich ist es auch, wenn du halt im Auswärtsblock stehst und du singst und du machst und du tust, dann kriegst du auch nicht mit, wenn da irgendwas fehlt. Ich habe das während der Corona-Zeit auch mal bemerkt. Da gab es ja so eine Phase, da durften Zuschauer wieder ins Stadion. Das war mal im Neckar-Stadion mit 15.000 oder irgendwie sowas. Ja, irgendwie sowas. Und da war es, glaube ich, damals so, dass unsere Ultras noch nicht ins Stadion gegangen sind. Und du hattest dann so ein paar Hilfs-Kappos, die sich mal versucht haben. Das war ich. Das glaube ich nicht. Weil wir versucht haben, mal die Stimmung irgendwie anzuheizen. Aber das war schon relativ traurig, muss man sagen. Naja, und auch da, also ich glaube, niemand im VfB-Auswärtsblock hat sich auf die Fahnen geschrieben, wir haben das Waldstadion eingenommen. Quatsch. Aber es gab ja Kritik. Es gab ja durchaus ein paar Eintracht-Fans, die das danach angemahnt haben, dass sich die VfB-Ultras dem Stimmungsboykott nicht angeschlossen haben. Wie siehst du das? Also zum Anpfiff war die Informationslage durchaus durchwachsen. Also niemand wusste so richtig, warum ist da niemand, was ist da passiert. Und ich behaupte mal, wenn allen im Auswärtsblock klar gewesen wären, was gerade auf der anderen Seite vom Stadion passiert ist, dann hätte es vielleicht diesen Stimmungsboykott gegeben. Aber so wusste man das nicht. Dann fängt das Spiel an, du supportest dein Team wie gewöhnlich, dann schießt dein Team nach 59 Sekunden ein Tor. Und realistisch gesehen wäre, glaube ich, die erste Chance, den Support einzustellen, die Halbzeitpause gewesen. Und das finde ich auch wieder schwierig. Also du supportest eine Halbzeit dann wieder nicht. Also insofern, ich würde sagen, in einer perfekten Welt wäre das Stadion über 90 Minuten oder über 95 Minuten komplett ruhig gewesen und niemand hätte was gemacht. Aber aufgrund der Informationen, die erst nicht da waren und dann hast du halt eine große Gruppe von ein paar tausend Leuten. Also glaube ich, ist es einfach organisatorisch schwierig. Und dann kommt er einfach dazu. Der VfB spielt seine geilste Saison seit wahrscheinlich 16 Jahren und da den Leuten sagen, hey, supportet euer Team nicht, dass er halt gerade richtig geil spielt. Schwierig. Aber ich verstehe schon, dass man als Frankfurt-Fan sagt oder aus neutraler Sicht, wäre schon gut gewesen, wenn man gar nichts macht. Da gehe ich auch ein Stück weit mit. Dann aber in der Praxis schwierig. Gut, ich würde sagen, wir kommen mal zur Aufstellung. Es dauert eine Weile, aber wir sind jetzt tatsächlich bei der Aufstellung. Wir machen es auch relativ zügig. Keine Veränderungen beim VfB. Seru Girassi saß nur auf der Bank. Sebastian Hoeneß begründete das mit den Strapazen der Länderspielreise. Nachvollziehbar. Ja, absolut. Ja, finde ich auch. Und du willst ja auch nicht, dass ich verletzt. Naja, klar. Also wir haben ja sowieso schon, ich sag mal, argwöhnisch die Länderspielreise betrachtet und dachten so, oh Gott, hoffentlich verletzt er sich da nicht nochmal. Dann musste er ja auch im letzten WM-Qualifikationsspiel, das er bestreiten durfte, 90 Minuten durchzocken. Und ich glaube, Sebastian Hoeneß war da auch nicht ganz so glücklich drüber. Deswegen, ich fand das schon okay. Zumal Dennis Undorf ja gerade... Kein ganz schlechter ist. Ja, eine gute Form hat. Und es liegt jetzt nicht nur daran, dass er zwei Tore gegen Frankfurt erzielen konnte, sondern ich fand ihn davor auch schon richtig gut. Und man kann das riskieren. Und ich glaube, wenn es komplett in die Binsen gegangen wäre und Dennis da überhaupt keinen Stich gemacht hätte, dann hätte man zur Halbzeit gerechnet. Also das finde ich absolut nachvollziehbar. Was mich noch überraschte, war, dass Lee Eggloff trotz des guten Testspielauftritts nicht im Kader stand. Er spielte für die U21, machte das auch ganz gut. Und da haben wir wieder den Curse, den wir ja immer wieder irgendwie hinbekommen. Roberto Massimo gelob beim Testspiel gegen WM-Biswagen. Also liebe VfB-Spieler, wenn es Testspiele gibt, spielt euch nicht in den Fokus. Schlecht. Ja, stay low, stay low, sonst geht er in den U21. Ja, hat mich schon überrascht. Also ich dachte, dass er auf jeden Fall auf der Bank sitzen wird, aber er hat es nicht geschafft. Dafür Genki Haraguchi, der war mal wieder mit dabei. Also der wurde für sein Tor belohnt, kann man so sagen. Die Formation bei uns, wie immer sehr fluide, muss man sagen. Alles sehr dynamisch. Auf dem Papier ging es wieder in Richtung 4-4-2. Realtaktisch war es dann eher so ein 3-4-3. Bei der Eintracht fand ich den Switch von 3er auf 4er Kette spannend, weil ich glaube, dass das durchaus uns in die Karten gespielt hat. Gerade bei dem 1-0 reden wir gleich drüber. Ansonsten gibt es zu meiner Seite eigentlich keine weiteren Ergänzungen, sodass wir, wenn du magst, direkt über das Spiel sprechen können. Sehr gerne. Dann tun wir das doch. Let's go. Wenn man sich einen Start für ein Auswärtsspiel in Frankfurt malen könnte, dann sähe das Bild vermutlich genauso aus wie das, was wir am Samstag von unserer Mannschaft präsentiert bekamen. Der VfB presste ab der ersten Sekunde, setzte Frankfurt sofort wieder mit 4, 5, zeitweise sogar 6 Spielern unter Druck und ließ der SGE wirklich überhaupt keine Luft zum Atmen. Atakan Karasor schob weit vor, eroberte schon im Frankfurter Aufbau wirklich die Bälle. Das war richtig, richtig gut. Und dann fiel auch schon das 1-0, Sebastian. Exakt nach 56 Sekunden kullert der Ball über die Linie. Und ich hoffe, du warst da schon im Block. Konntest du das Tor sehen? Ich war absolut schon im Block. Und ich möchte dazu noch anmerken, dass ja Waldemar Antorn die Platzwahl gewonnen hat und die Seiten getauscht hat. Ja. Und ich glaube, hätte er gewusst, dass die Eintracht-Fans nicht supporten, hätte die Seiten nicht getauscht. Aber ich glaube, es hat schon was mit den Spielern von Eintracht Frankfurt gemacht, dass sie zu dem Zeitpunkt noch leere Heimkurve zuspielen und der VfB dann gleichzeitig so brutal presst. Weil ich glaube, so die ersten zwei, drei Minuten, das war brutal. Also da ging bei der Eintracht gar nichts. Trabb wurde angelaufen, die Abwehrspiele wurden angelaufen von zwei Leuten und so weiter. Die sehen vor sich dann die leere Heimkurve. Das war schon schwierig für die Eintracht, das hast du gemerkt. Das war sehr gut gemacht vom VfB. Und dieses gute Pressing, über das wir gerade eben schon gesprochen haben, führte ja auch zu dem 1-0. Ito fing einen langen Ball ab. Stiller macht dann mal wieder so einfache Dinge richtig gut. Weißt du, kurzer Lüpfer über Buta und auch führig gespielt. Sieht super easy aus, haben wir jahrelang nicht hinbekommen. Er macht das halt einfach. Dann legt Chris auf Mittelstädt ab, der anschließend wirklich überhaupt keine Probleme hatte, sich die viel zu passiven Shaibi und Bimbe vom Hals zu halten. Ja gut, über Mittelstädt Masterclass werden wir später noch sprechen. Aber wie er sich da gegen zwei Leute mehr oder weniger mühelos durchsetzt, ist halt skurril. Skurril, ja. Richtig stabil gemacht von Maxi, muss man auf jeden Fall sagen. Und dann, wir zeigen die Szene jetzt gerade auf YouTube, achtet mal darauf, wie Maxi seine Entscheidung trifft. Er nimmt den Kopf kurz hoch, sieht Enzo, sieht aber auch Larsson und spielt trotzdem den Pass. Und ich glaube, das machst du, wenn du Selbstvertrauen hast, wenn du mutig bist und wenn du die Überzeugung hast, dass so Dinge einfach auch funktionieren. Du merkst, diese Mannschaft, die trieft wirklich vor Selbstvertrauen. Absolut, ja klar. Also wirklich herausragend. Dann Enzo, auch die Annahme mit rechts, dann legt er sich das Ding auf den linken Fuß, spielt in den Lauf von Dennis. Und das war auch schon ein super toller Pass. Wir reden da gar nicht lang drüber, weil es mittlerweile normal geworden ist, dass wir solche Pässe spielen. Aber das ist ein herausragender Pass gewesen. Und ich vermute, dass Giri in dem Moment auf Abseits gespielt hat gegen Dennis. Ja, ich glaube schon. Ja, und ich glaube, Dennis hatte so den Antrittsvorteil. Also das heißt, der kam ja ein bisschen weiter tiefer aus dem Feld sozusagen. Und kann dann einfach mehr Speed aufnehmen. Deswegen gab es da gar keinen richtigen Zweikampf. Und dann ist das krasse eigentlich, dass Unterf das Ding genauso machen wollte, wie er es gemacht hat. Kretsch den Ball da an Trab vorbei, spitze den vorbei, rechts ins kleine Eck, wie man so schön sagt. Ne, ins kleine Netz, so heißt es richtig. Ja, und ich saß vor dem Fernseher und habe mir gedacht, hä, was ist hier los? Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Gerade gegen diese Eintracht, die er eigentlich so gut verteidigt in diesem Jahr. Genau, und ich saß tatsächlich direkt über dem Tor, gefühlt irgendwie 30 Meter. Und für mich lief das Ganze wie in Zeitlupe. Aber ich dachte, dieser Schuss, das war ja kein Schuss, dieses Vorbeispitzel von Unterf, das reicht nicht. Und irgendjemand kratzt den Ball von der Linie. Und für mich hat es wirklich zehn Minuten gedauert, bis dieser Ball endlich drin war. Dennis Unterf hat es, glaube ich, viel besser gesehen, weil der hat schon gejubelt, bevor der Ball drin war. Aber ich dachte, ey, der wird auf jeden Fall noch weggekratzt. Da ist das Ding drin und du denkst, das kann doch nicht sein. Also, wir haben doch gerade erst Anpfiff gehabt und schon führen wir. Was ist denn da los? Aber richtig, richtig gut gespielt. Das war wahnsinnig gut gemacht. Und wir haben ja gerade eben schon mal anklingen lassen, dass diese Umstellung der Eintracht von 3er auf 4er Kette durchaus zuträglich war für dieses Tor. Ich glaube tatsächlich, dass die Zuordnung einfach noch nicht so stimmte. Die Abwehrstruktur passte noch nicht so. Also, dass Giri mehr oder weniger der Ausputzer hinten drin ist, das kann eigentlich nicht Sinn der Sache sein. Das muss eigentlich, so sehe ich es zumindest, ein bisschen anders laufen. Und ich finde auch, Trapp sieht in dem Moment nicht ganz so gut aus. Er wirkt ein bisschen unentschlossen. Er kam zwar raus, aber sah wenig konsequent aus. Bremst es dann auch nochmal ab, macht dann wieder zwei, drei kleine Schritte nach vorne. Ich glaube, das hätte er auch besser machen können. Wahrscheinlich schon, aber ich finde halt, Dennis Unterf macht doch immer irgendwas, was man nicht erwartet. Und auch der Abschluss ist halt irgendwie so komplett out of the box. Also, welcher Stürmer macht sowas? Aber er macht es halt und er will das genau so. Und da sieht natürlich Trapp nicht ganz gut aus. Aber ich glaube, er hat auch keine Ahnung, was auf ihn zukommt. Also, ich weiß nicht. Also, Dennis Unterf ist so unkonventionell. Wir hatten auch in der zweiten Halbzeit den obligatorischen Schuss aus 40 Metern, wo er Trapp überlupfen will. Also, er macht halt Dinge, die du nicht erwartest. Das ist ein guter Punkt, ja. Ich habe mich jetzt einfach nur auf diese Szene an sich konzentriert und gesehen, wie Trapp halt zögerlich rauskommt. Und dann stehen bleibt, nochmal ein paar Schritte macht. Und ich dachte so, oh Mann, du musst da konsequenter eigentlich vorgehen und einen großen Block stellen. Aber ich gebe dir natürlich absolut recht, der wird sich gut auf seine Gegenspieler vorbereitet haben. Und weiß halt eben, bei Unterf ist alles möglich. Ja, und ich fand den Abschluss halt wirklich sehr unkonventionell eigentlich. Also, er war brillant, aber er war halt komplett unkonventionell. Tore in der ersten Minute kann der VfB übrigens. Das war das 18. Neuer Dings. Ich erinnere mich an Zeiten, da haben wir die Tore immer in der ersten Viertelstunde gefressen. Das stimmt, aber tatsächlich ist es so, dass es kein Bundesliga-Team gibt, das mehr Tore in der ersten Minute erzielt hat. Laut ESPN. Ich muss sagen, da habe ich mich schon einmal in die Nesseln gesetzt an diesem Wochenende. Fake News. So sieht es aus, denn die sprachen davon, dass der VfB 70 Tore in der ersten Minute in 60 Jahren Bundesliga erzielt hat. Und es sind 18. Es sind 18. Ja, mein Gott. Also ich nehme auch die 70, wenn es sein muss. Vielleicht schaffen wir das ja noch zeitnah. Gut. In der Saison jetzt, ja. Das wird schwierig, aber ich nehme auch das. Das frühe 1-0 war auf jeden Fall eine Anlage, haben wir schon gesagt. Und das hinterließ zunächst auch erstmal für ein paar Minuten den bleibenden Eindruck. Ich meine, wie gerade eben schon gesagt, du spielst ja da gegen Frankfurt, eine Mannschaft, die eigentlich wenig Gegentore kassiert, erst eins in der Anfangsviertelstunde bislang kassiert hat. Da machst du denen gleich so ein Ding rein. Und das, was ich so beeindruckend fand, das war jetzt kein individueller Fehler, sondern das war einfach ein richtig toller Spielzug. Und das ist am Ende ein Statement. Das ist wirklich so eine Aussage wie, this is our house, ihr könnt ja gar nichts machen, wir machen euch einfach platt. So wirkte das. Und das fand ich wirklich, wirklich beeindruckend. Und natürlich half uns dann die Führung. Wir konnten wieder unser geduldiges Aufbauspiel etablieren und versuchten, die Eintracht zu locken. Wobei man auch diesmal sah, dass sich die Mannschaften inzwischen schon darauf eingestellt haben, was wir so vorhaben. Absolut, ja. Also sie pressen nicht mehr so hoch gegen uns, sie überlassen uns zunächst den Ball. Sie versuchen, die Außen abzusichern und stellen das Zentrum zu. Das machen sie ganz gut, muss man sagen. Das Coole ist aber, dass wir dennoch Wege finden, wie wir ins letzte Drittel vorstoßen. Und wenn nichts mehr geht, dann holen Anton und Ito eben den Diagonalball raus. Anton mit den meisten angekommenen langen Bällen, fünf von sechs Versuchen landen, dann auch bei einem Mitspieler. Das sind richtig gute Werte. Tja, und Frankfurt hat irgendwie versucht, eine Antwort zu finden. Nur die blieb erst mal aus. Genau, wobei dann Frankfurt ja im Zuge der ersten Halbzeit besser wurde. Aber du hast beim VfB wirklich gesehen, mal wieder, dass jeder Spieler genau weiß, was er zu tun hat. Und ich finde diese Automatismen, die sind halt brutal. Weil du hast immer den Eindruck, der VfB agiert als komplette Mannschaft. Die Mannschaft, das Spiel wird angepfiffen, alle pressen. Wie blöd. Dann lässt sich die Mannschaft komplett fallen. Dann presst sie wieder, lässt sich wieder fallen. Und jeder weiß, was er machen muss. Und ich erinnere mich an Zeiten, die sind noch nicht so lange her. Da war der Spieler beim VfB, der den Ball hatte, die ärmste Sau. Weil er nicht wusste, was er machen soll. Und das ist komplett anders. Diese Mannschaft agiert als Mannschaft. Es sind keine elf Einzelspieler, sondern es ist halt ein Kollektiv. Und es ist halt so cool zu sehen, weil das hatten wir in Stuttgart wirklich lange nicht mehr. Und es funktioniert von Spiel zu Spiel. Und es ist so cool zu sehen, auch in Frankfurt wieder, wie sich die Spieler gegenseitig helfen. Wie jeder weiß, wo der andere hinlaufen wird. Also er ist so viel einstudiert. Das ist brutal. Ja, ein Grund dafür, dass wir wirklich so stabil sind, ist die Bereitschaft aller Spieler, wirklich Defensivaufgaben zu übernehmen. Jeder Spieler beim VfB Stuttgart hat am vergangenen Samstag einen Defensiv-Zweikampf geführt. Mindestens einen. Genau, also Dennis Underf ist der erste Abwehrspieler gewesen. Weil der läuft auch brutal an. Sei es den Keeper oder irgendwelche Innenverteidiger. Und ich kann das sogar faktisch belegen. Also es gibt die Statistik, wie viele Defensiv-Zweikämpfe führt ein Spieler. Und wie gesagt, jeder hat einen geführt. Fast alle haben auch Zweikämpfe gewonnen, bis auf Enzim Jong. Der hat es fünfmal versucht, nicht einmal geschafft. Der ist entschuldig durch seine Pässe. Das kann natürlich sein, dass er da freigestellt wird. Dem schreibe ich eine Entschuldigung. Aber das ist halt einfach das, was du immer wieder beim VfB beobachten kannst. Die haben Bock auf Verteidigen, die haben Bock auf Tore schießen, die wollen ackern, die wollen erfolgreich sein, die sind hungrig. Das merkst du richtig. Diese Mannschaft lebt, diese Mannschaft will Erfolg haben und die genießen das gerade. Dass vieles vielleicht auch ein bisschen leichter geht, als es der Fall wäre, wenn wir jetzt eine normale Saison spielen würden. Das heißt, irgendwie auf Platz 10, 11, 12 stehen würden. Klar ist das so, aber dann auch wirklich nicht irgendwie zufrieden zu werden. Es läuft ja und mein Gott, jetzt kommt nur Frankfurt. Die sind bislang jetzt auch noch nicht so stabil unterwegs, was jetzt die Platzierung in der Liga angeht. Was die Spielweise angeht, fand ich sie, wie gesagt, sehr, sehr gut. Aber es könnte schon mal passieren, dass du da... Letzte Heimniederlage, Oktober 2022. Das muss man auch mal erwähnen. Also es ist eine brutal starke Heimmannschaft. Ja, und noch was. Der VfB stellte sich gut auf die Verlagerungen der Eintracht ein, weil das spielen sie eigentlich auch mal ganz gut. Ich habe mit Basti darüber gesprochen, dass es inzwischen fast schon ein Stilmittel der Eintracht geworden ist, dass man praktisch über die rechte Seite zum Beispiel aufbaut und dann über die linke Seite das Tor erzielt. Und das ist alles in einem hohen Tempo. Und der VfB hat das sehr, sehr gut gemacht. Er attackiert mit zwei Offensiven wirklich sofort den Aufbau. Dann hast du drei bis vier Spieler, die das Zentrum zustellen und die Flügel bewachen. Und ja, da hatte Frankfurt eigentlich wenig Möglichkeiten. Und was wir dann auch noch gesehen haben, was auch ein sehr cleveres Verhalten von Maxi Mittelstädt war, in dem Moment, wo er sieht, dass die Frankfurter auf ihrer linken Seite, sprich auf unserer rechten Seite, den Ball haben, dann positioniert er sich schon ein Stück weiter nach hinten. Also auf unserer linken Seite steht etwas tiefer, sodass Ito, sollte es zu einer schnellen Verlagerung kommen, ja, Hiro einfach direkt in den Zweikampf gehen kann und Maxi sichert dann den Flügel ab. Und das ist nicht komplett ungewöhnlich, aber das haben wir mit Borna Sosa auch schon anders erlebt. Ja, das ist so. Muss man leider so sagen. So, auch noch, das muss ich jetzt noch erwähnen, sorry, wir wollten es kürzer machen, aber ich finde es wirklich wichtig, wenn man darauf achtet, wie viele zweite Bälle der VfB gewinnt. Zunächst hat man mal gesehen, dass Trapp nicht mehr diese kurzen Pässe spielen kann, dass die Eintracht hinten befreit aufspielen kann, sondern man hat ihn durch gutes Pressing dazu gezwungen, lange Bälle zu schlagen. Und dann steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit auf Duelle um den zweiten Ball. Das ist nicht immer so, aber ist schon relativ häufig der Fall. Und von diesen Duellen um die zweiten Bälle, um den freien Ball, gewann der VfB 55 Prozent und Eintracht Frankfurt eben nur 39 Prozent. Auch das ist Qualität, die wir mittlerweile haben. Und natürlich dann auch eine gewisse Gier, Durchsetzungsvermögen, Kopfballstärke, all das, was wir eigentlich schon mehrfach lobend erwähnt haben, muss man sagen. In der achten Minute gab es dann mal eine Szene, da brach Oma Mamusch über den linken Flügel durch. Und auch wenn der bei dem weiteren Verlauf klar die Torauslinie überquerte, war das für mich ein exemplarischer Angriff für das Frankfurter Offensivspiel. Du siehst halt, sie versuchen es über Tempotechnik. Sie wollen Mismatches erzeugen. In diesem Fall war Oma gegen Daxo das Mismatch. Grund ist das Tempo, keine Frage. Dann versuchen sie bis zur Grundlinie durchzubrechen, anschließend den Spieler im Rückraum bedienen. Das ist so die Art und Weise, wie man es eigentlich schaffen möchte. Und wir können jetzt natürlich sagen, gut, den hätte unser Torhüter, der Alex Nübel, eh gehalten. Nübel, 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 so sieht es aus. Aber das ist so das Stilmittel der Eintracht. Und wir haben das eigentlich wirklich gut einhegen können. Genau, aber das war tatsächlich so auch aus Stadionsicht immer das Ding, wo die Eintracht gefährlich wurde. Das waren die Bälle in die Tiefe über die Flügel. Da haben sie es ein paar Mal geschafft, unsere Außenverteidigung zu überspielen. Sind dahinter die Kette gekommen, haben den Ball reingespielt. Und dann war es halt tatsächlich unser Glück oder Verdienst, dass die Innenverteidigung wirklich jeglichen Schuss geblockt hat. Und ich glaube, da hat man auch so ein Stück weit dann das Defizit im Kader der Eintracht gesehen. Man hat Kulomuane abgegeben, man hat keinen Mittelstürmer geholt. Und Oma Mamouche ist deren Mittelstürmer quasi. Und er ist kein Mittelstürmer. Und da fehlt tatsächlich, in so einem Spiel fehlte halt irgendwie einer mit mehr physischer Präsenz. Und ich fand, das Duell Zagadou-Mamouche war für mich das Duell des Spiels, weil es war saugeil. Also Mamouche drölfmal schneller als Daxo und er halt dreimal schwerer und hat ihn eigentlich komplett beherrscht. Ich glaube, zwischendurch wurde ja sogar mal ein Stürmerfall von Mamouche gegen Daxo gepfiffen. Aber das war ein total spannendes Duell. Und Zagadou hat es eigentlich bis auf wenige Ausnahmen komplett im Griff gehabt. Sehe ich genauso wie du. Daxo wieder mit einer herausragenden Leistung. Ja, zweite Halbzeit brutal. Also, als ob er irgendwie so im God-Mode spielt. Das war Wahnsinn. Aber es gab auch eine Phase, gerade in der ersten Halbzeit, da gefiel mir der VfB nicht so gut. Da wurde er zu passiv, fließ dann zu viele Pässe der Frankfurter zu. Wir haben ja immer die Statistik Pässe pro Defensivaktion. Da lag der VfB zeitweise bei einem Wert von über 23. Das ist ein schwacher Wert für den VfB, 23, 24. Am Ende pendelten wir uns dann so bei 13,8 Pässe pro Defensivaktion ein. Das ist der drittschlechteste Wert in dieser Saison für den VfB Stuttgart. Verglichen mit anderen Bundesliga-Teams ist das jetzt kein wirklich schlechter Wert. Aber wenn wir die Maßstäbe anlegen, die wir jetzt zuletzt angelegt haben, dann ist das kein besonders guter Wert. Und du hast ja auch gesehen, kurz vor dem Gegentor nahm diese Passivität immer weiter zu. Frankfurt hatte jetzt keine großen Chancen, aber sie übernahmen halt die Kontrolle, verlagerten das Spielgeschehen in unsere Hälfte. Und ja, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, mit dem Speed, den Frankfurt hat, ist das schon durchaus ein Wagnis, was der VfB da aktuell eingeht. Und mir hätte da ein bisschen mehr Entlastung gut getan. Ja, und ich hatte auch so in der Phase des Spiels, in der Phase der ersten Halbzeit, das Gefühl, dass dieses hyperaggressive Pressing, was der VfB am Anfang gespielt hat, wo es Erfolg gehabt hat, in der Phase nicht mehr funktioniert hat. Weil man hat trotzdem mit sehr vielen Spielern vorne gepresst. Aber die Eintracht hat es sehr gut geschafft, sie aus dem Pressing zu befreien und hatte dann in unserer Hälfte Überzahl. Und das haben sie ausgespielt, nicht zu zwingenden Torchancen. Aber du hast genau gemerkt, okay, jetzt sind sie am Drücker. Und das hat sich nicht gut angefühlt. Also da war Frankfurt durchaus überlegen. Das kann ich nur so bestätigen. Umso besser, dass wir das Spiel am Ende doch gewonnen haben. Und Frankfurt noch nicht mal selbst ein Tor geschossen hat, sondern der VfB Stuttgart musste mithelfen in Form von Waldemar Anton, 26. Minute. Für meinen Geschmack gar nicht jetzt so der eine grobe Schnitzer, der unterlaufen ist, sondern wirklich viele kleine Fehler. Das ging ja schon damit los, dass Nübel einen schwachen Abschlag direkt ins Zentrum geschlagen hat. Genau, und ehrlicherweise, also wir sind alle große Alex-Nübel-Fans, aber der Abschlag war für mich eigentlich der Assist zum Tor. Weil wir wissen, er spielt oftmals, das ist das System vom VfB, auch riskant in die Mitte, teilweise sogar flach. Aber dieser Chipball, der geht halt dahin, wo, ich glaube, im 10-Meter-Radius kein VfB-Spieler ist. Und links und rechts auf den Flügeln waren freie Anspielpositionen. Und das war für mich tatsächlich so eigentlich der Auslöser für das Tor. Weil warum spielt er denn dahin? Da ist kein VfB-Spieler. Ja, ich würde auch, glaube ich, ungern in die Mitte abschlagen. Also ich würde schon immer gucken, dass wir auf die Flügel rauskommen. Du kannst das vielleicht, weiß ich nicht, wenn du einen Atakan Karasor anspielen möchtest, der irgendwie 20 Meter von dir wegsteht oder von mir ist 15, da kann ich es mir noch nachvollziehen. Genau, und Sireo Gerasi kannst du auch tief in der gegnerischen Hälfte anspielen. Der kann den Ball eh behaupten. Aber da steht niemand. Also weder ein Karasor noch ein Gerasi noch irgendein VfB-Spieler. Das sind nur Frankfurt-Spieler. Da ist halt niemand. Ja, entweder tief oder nah. Aber so ein Mittelding ist riskant. Also das hat man ja dann auch gesehen. Und man merkt halt auch, da greifen dann die Systeme vom VfB dann halt negativ. Alle VfB-Spieler sind in einer Vorwärtsbewegung, weil sie wissen oder sie glauben, dass der Ball zum Mitspieler kommt und bewegen sich nach vorne. Dann kriegt Frankfurt den Ball und dann geht es halt in die andere Richtung und das ist halt tödlich. Ja, Enzo ist dann der Nächste, der einen kleinen Fehler macht. Der nimmt den intensiven Lauf gegen Max nicht auf. Ist aber auch in seinem Rücken. Ist im Rücken. Er sieht ihn vielleicht gar nicht. Er sollte ihn sehen. Ja, also wie gesagt, kleine Fehler. Das muss ich dazu sagen. Das ist jetzt nicht so, dass ich... Aber es ist nicht so, dass er ihn sieht und denkt, ich gehe nicht mit, sondern das ist das Hinterseite. Ich kreide Enzo hier auch das Tor nicht an, aber er hätte mitlaufen können, hätte die Umsicht haben können, was er ja auch schon oft bewiesen hat. Und dann wäre vielleicht diese Option den Frankfurtern genommen, dass sie halt dann rausspielen auf dem Flügel. Aber gut, so war es halt dann. Und ich finde auch, Atta kann das Passfenster zu Mamush schließen. Das hat er auch nicht gemacht, weil er sich halt ausschließlich am Beiführenden orientiert hat. Er hat dann auch noch Larsson in seiner Nähe gehabt. Da kann man jetzt auch wieder sagen, okay, er hat halt den Spieler gedeckt. Aber da war mehr möglich. Wir haben es ja auch schon gesehen, dass der VfB sowas besser verteidigt. Und dann kommt die Flanke. Anton versucht, diese Flanke von Max zu klären. Habe ich mich auch gefragt, hätte er überhaupt mit dem Kopf hingehen müssen? Wir stehen hinten drei gegen zwei und Nübel macht ja auch schon den ersten Schritt raus aus dem Kasten. Also vielleicht wäre mit einer besseren Kommunikation hier einfach das Signal von Nöten gewesen in Richtung Weidemar Anton, bleib weg oder so. Weil so geht er halt mit dem Kopf hin und dann ist es halt super unglücklich. Dass das Ding so komisch über Nübel ins Tor senkt. Und ich habe mir das so oft jetzt angeschaut und habe mich immer wieder gefragt, ob es vielleicht irgendeine Möglichkeit für Nübel gab, den noch zu halten. Wenn er irgendwie zwei Schritte nach hinten macht, zwei kurze, steht er dann besser. Aber das Ding fliegt echt mega ekelhaft. Und du rechnest ja auch nicht damit, dass wenn Anton an den Ball kommt, sich der so komisch über dich drüber, zwischen dir und Latte muss man ja sagen, ins Tor absenkt. Also klar ist ja in 99, 100 Fällen geht dieser Ball nicht ins Tor. Und die Flugbahn ist halt, dass der Ball wirklich genau zwischen Hand und Latte da so reingeht. Ich denke, Anton muss auf jeden Fall hin, weil in dem Spiel haben unsere Innenverteidiger so viele Schüsse und Flanken geblockt. Also die wollen solche Sachen verhindern, muss da hin. Und was ich, ich habe gestern noch den Keeper-Analyse-Podcast gehört und das fand ich total spannend, weil die haben gesagt, was Alex Nübel mit seinen Armen macht, passt eigentlich gar nicht dazu, was er mit seinen Füßen macht. Und das fand ich total spannend. Er versucht ja, den Ball mit rechts ins Feld zurück zu klatschen. Und seine Beine sagen eigentlich, ich will mit links über die Latte klatschen. Und das wäre für mich vielleicht noch eine Option gewesen, dass er sagt, okay, ich komme mit links an den Ball und lenke ihn über das Tor. Und wenn man sich das anguckt, es hätte vielleicht funktioniert, vielleicht auch nicht. Also ich kreide ihm in der Situation gar nichts an. Ich kreide ihm einen schlechten Abschlag an. Ja, und da bin ich auch absolut bei dir. Hattest du das Gefühl, dass sich nach dem Gegentor beim VfB nochmal ein bisschen was regte? Weil von meinem Fernsehplatz aus wirkte es so, als ob der VfB jetzt wieder etwas entschlossener an die Sache rangeht. Und ja, ich kann mich erinnern, es gab so zwei beinahe Balleroberungen im letzten Drittel der Frankfurter. Da war wieder diese Entschlossenheit, die mir vielleicht so 15 Minuten lang fehlte. Ja, vielleicht ganz leicht. Also es war in keinem Fall so, dass die Schultern runtergingen. Aber das kennen wir auch vom aktuellen VfB. Gegentreffer bedeutet eigentlich gar nichts. Also da gehen die Schultern nicht runter, da geht der Kopf nicht runter und die spielen halt weiter. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass eigentlich Frankfurt näher am 2-1 ist als der VfB. Aber der VfB hat es nicht schlecht gemacht. Aber trotzdem war ich eigentlich dankbar, wenn der VfB mit 1-1 in die Halbzeitpause gegangen wäre. Ja, ich hatte ein zwiegespaltenes Gefühl. Es lag auch daran, dass diese Partie vorm Fernseher irgendwas Merkwürdiges hatte. Also wir haben ja schon über die Stimmung gesprochen. Aber zunächst dachtest du, der VfB ist hier heute irgendwie überhaupt nicht zu stoppen, geht komplett drauf, schiebt Frankfurt tief in die eigene Hälfte, erzielt in der ersten Minute, wir haben darüber gesprochen, das 1-0. Danach verflacht das alles so ein bisschen. Dann dachte ich mir so, okay, glauben die jetzt, das reicht oder was ist da los? Dann fällt das Gegentum. Dann habe ich schon gemerkt, dass sie wieder versuchen, ein bisschen mehr den Frankfurtern entgegenzusetzen. Aber auf der anderen Seite wurde natürlich auch die SGE immer mutiger. Also sie versuchten dann, die erste Presselinie zu überspielen, auf ihr Tempo zu setzen, versuchten unsere letzte Verteidigungslinie zu attackieren. Und da muss man halt auch an der Stelle nochmal sagen, das gute Stellungsspiel von Anton, Daxo und Ito verhinderte halt hier ganz, ganz viel in den meisten Fällen. Also wir hatten ja ganz oft beinahe Situationen. Genau. Ein Pass und dann haben die eine riesen Chance. Wir haben jetzt nicht viele Chancen für die Eintracht gesehen, aber das lag wirklich an denen rein. Ja, das ist absolut so. Und ich meine, wir haben beim VfB traditionell eigentlich gute Defensivspieler, aber meistens zu viele Gegentore gefressen. Und jetzt ist es aktuell so, wir haben gute Defensivspieler und die verhindern genau, dass es überhaupt zu diesen Großchancen kommt. Und die Eintracht hatte wirklich nicht viele Chancen, aber das lag auch daran, dass die drei da hinten wirklich alles rausgeklärt haben. Also es war sehr beeindruckend. Ja, muss man sagen. Aber dann, Sebastian, fiel einfach das 2 zu 1 aus dem Nichts, muss man sagen. Ja, absolut. Also du warst wahrscheinlich ähnlich überrascht wie ich. Ja, ich war fast schon auf dem Weg, mir ein Bier zu holen. Nee, ich habe natürlich noch im Block verharrt. Aber, ja, kannst ja keinem erzählen. Also du spielst in der ersten Minute einen geilen Angriff und machst das 1-0, dann kriegst du einen Ausgleich und dann dauert es halt 45 Minuten und dann spielst du nochmal einen richtig geilen Angriff und machst das 2 zu 1. So einfach geht das manchmal? Ja. Jamie Leveling konnte sich auf der rechten Seite gegen Max durchsetzen und flankte auf den zweiten Pfosten. Dort stand Chris Führig, sah für mich sehr einstudiert aus. Es sieht beim VfB, und das macht mir echt Angst, alles einstudiert aus. Also wirklich, es sieht fast alles einstudiert aus, bis vielleicht auf Standards. Da müssen wir noch drüber reden vielleicht. Oder auch nicht. Da musst du vielleicht Sebastian Hüls mit seiner Mannschaft mal drüber reden. Aber du siehst es halt immer wieder, wie die Spieler inzwischen wirklich auf den zweiten Pfosten gehen. Ob es jetzt auf der rechten Seite Jamie ist oder auf der linken Seite Chris, das hat mich letztes Jahr jedes Mal komplett wahnsinnig gemacht. Wenn ich gesehen habe, dass die Spieler, weiß ich nicht, so auf Höhe des Elfmeterpunkts plötzlich abbremsen, denke ich immer, ey, es kann immer irgendwie einer durchflutschen. Ja. Lauf einfach bis zur Grundlinie durch. Also die 10 Meter schaffen wir jetzt auch noch, wenn wir schon da sind. Und ich glaube auch Maxi Mittelstädt steht nicht da, wo er steht, ohne dass er da stehen möchte. Also das ist auch eine Ansage, dass er da Passempfänger sein kann. Hundertprozentig. Und du siehst dann auch, wie Chris Führig das gut macht, nimmt den Ball mit der Brust runter, dreht sich vom Tor weg. Ja. Ist ein guter Move, weil er eh keinen Raum hat für einen Abschluss. Und auch da muss man sagen, Weiterentwicklung, weil Chris Führig, weiß ich nicht, 21, 22 oder 22, 23, der hätte vielleicht versucht zu schießen oder so. Aber stattdessen, wie gesagt, erkennt er die Situation, legt dann ab auf Maxi Mittelstädt, der schippt den Ball dann wieder in den Strafraum, wieder auf den zweiten Pfosten. Frankfurt versucht, wie schon beim 1-0 auf Abseits zu spielen und Dennis dann mit dem Kopf macht das richtig gut, lässt den Ball vor der Torlinie noch einmal aufspringen. Einfach perfekt, ja. Und dann entscheidet der Schiedsrichter zunächst auf Abseits, aber Dennis positioniert sich wirklich sehr clever. Und das ist immer wieder auffällig, wie gut Dennis bei diesen gegenläufigen Bewegungen sich verhält. Er hat ein richtig gutes Timing. Ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, dass Mannschaften versucht haben, eine Abseitsfalle zu implementieren und er hebt die eigentlich komplett aus. Weil er halt einfach sich so geschickt positioniert und das Timing hat, den richtigen Moment abzupassen und dann halt allein mehr oder weniger vor Trab zu stehen und das Ding zu machen. Und ja, um das noch zu vervollständigen und es ist jetzt auch keine große Überraschung für alle, die hier zuhören. Der VAR hat dann gesagt, okay, es war kein Abseits. Ja, aber auch da, da habe ich mich furchtbar aufgeregt, weil ich glaube, jeder im Stadion hat gesehen, dass das kein Abseits war. Also ich saß wirklich hinterm Tor und ich habe es gesehen, da steht, glaube ich, noch Enzo Millot, der hebt die Arme und sagt, ja, okay, ich bin ein Abseits, aber ich bin da gar nicht am Ball. Jamie Leveling steht auch ein Abseits, aber es sind, glaube ich, zwei Eintracht-Spieler auf der gleichen Höhe mit Dennis Unter und einer, der einen Meter näher zum Tor steht und der Schiedsrichterassistent hebt mal auf Verdacht die Fahne und denkt sich, na gut, der VAR, der wird mich eh korrigieren. Ich finde das furchtbar. Also das muss ein Schiedsrichterassistent sehen, dass das kein Abseits ist. Und die Fahne halt unten lassen, weil so hast du wieder die Bange. Moment, ist es ein Tor, ist es kein Tor, killt die ganze Stimmung. Bei dem Spiel egal, war die Stimmung eh gekillt. Ja, aber richtig gut gemacht und auch das hat wieder den Eindruck auf mich gemacht, das ist halt alles einstudiert. Also Maxi Mittelstädt steht da am 16er, der chipt die Flanke gleich wieder rein. Zwei Spieler stehen da, laufen aber raus, Dennis Unterf läuft rein. Also wahnsinnig gut gemacht. Ja, und der Zeitpunkt des Tores war natürlich auch ideal, muss man sagen. Psychologisch wichtig. Ja, also gerade zu dem Zeitpunkt, als es beim VfB jetzt nicht komplett rund lief, möchte ich mal so sagen. Ja, absolut. Zweite Halbzeit. Genau, und ich bin dann in die Halbzeitpause reingegangen, weil ich dachte, okay, in der ersten Halbzeit war die Eintracht eigentlich aus meiner Sicht besser, aber wir machen zwei Tore, die Eintracht macht ein Tor und ich war total gespannt, wie der VfB rauskommt, weil ich habe die Eintracht halt stärker gesehen und dann ist Halbzeitpause und dann kommt der VfB wieder raus und spielt die Eintracht, also aus meiner Sicht mehr oder weniger an die Wand in den ersten zehn Minuten. Also habe ich überhaupt gar nicht erwartet, habe mich auch sehr überrascht. Wenn man es größer macht und sich die ganze zweite Halbzeit anschaut, muss man auch sagen, die Eintracht hatte nicht eine große Torchance. Und sie hatten, glaube ich, Statistik stehen, keinen Schuss aufs Tor, das ist halt Fakt. Ja, insgesamt auch nur einen. Nebenstor. Nee, einen aufs Tor, oder? Ich glaube nicht. War es nebenstor? Der einen Schuss ging nebenstor, ja. Ja, okay, das kann auch sein. Also insgesamt einen Abschluss. Ja, genau. Und ich muss da sagen, hätten wir in der zweiten Halbzeit ohne Alex Nübel gespielt, hätte die Eintracht kein Tor geschossen. Das ist halt so, also es soll nicht überheblich klingen, aber es ist halt so. Wir können es ja mal probieren. Einfach mit einem elften Feldspieler. Ja, warum nicht? Ja, aber es war, also defensiv war das brutal in der zweiten Halbzeit. Das muss man so sagen. Sowohl die Eintracht wie auch wir wechselten zur Halbzeit nicht, aber es gab einen Wechsel bei den Schießrichtern, Sebastian, denn Felix Brüch wurde ausgewechselt aufgrund einer Verletzung, und zwar ein Kreuzbandriss, und hereinkam Patrick Schwengers. Ja, eine brutale Story. Ich glaube, Felix Brüch hat sich in der 30. Minute der ersten Halbzeit irgendwie vertreten oder fiel sogar hin, wurde dann ja zwischendurch mal ein paar Minuten dann auf der Eintracht-Bank am Knie behandelt und konnte dann nicht weiterspielen. Und ich muss sagen, also Felix Brüch wirklich eine harte Sau, weil der hat 15 Minuten, lang mit dem Kreuzbandriss dann im Bundesligaspiel geschieht, also an der Stelle am höchsten Respekt und natürlich gute Besserung, ist für ihn natürlich total tragisch, weil es war sein 344. Bundesliga-Einsatz, ist damit Rekordträger zusammen mit Wolfgang Stark. Also, ja, ist natürlich total tragisch, aber fand ich tatsächlich dann im Nachhinein stark, dass er dann, nicht Wolfgang Stark, sondern es war stark, dass er dann die 15 Minuten bis zur Halbzeitpause weitermacht. Und dann kam halt dann der vierte Offizielle zu seiner Bundesliga-Premiere und ich finde, er hat gut gepfiffen, denn im Zweifelsfall für den VfB. Das war mein Eindruck. So kann sich jeder Schiedsrichter bei dir beliebt machen. Absolut. Das kann ich sofort nachvollziehen. Also, alles klar, braucht man gar nicht drüber diskutieren. Das ist absolut richtig so. Ich habe mir natürlich so ein paar Gedanken gemacht, warum so viele Spieler, also ja nicht nur Felix Brüch, sondern viele Spieler ausgerutscht sind. Ja, total. Richtig. Hat auch aufgefallen, ja. Und es gab nämlich einen Rasenwechsel anlässlich der zwei NFL-Spiele, die vor ein paar Wochen in Frankfurt stattfanden. Und da haben sie so einen supermodernen Hybrid-Rasen verlegt, genau. Und vielleicht hing das damit irgendwie zusammen, weil es war ja schon auffällig und die Spieler haben es auch bei diversen Field-Interviews später moniert, dass das irgendwie jetzt nicht so ganz ideal war von der Standfestigkeit. Ja, also vielleicht hing das damit zusammen. Ja, es ist schon viel ausgerutscht. Also die NFL schuld, dass Felix Brüch jetzt einen Kreuzbandriss hat. Wir haben ja gerade schon gelobt, dass der VfB die zweite Halbzeit richtig gut angegangen ist. Und das hängt auch durchaus damit zusammen, dass Sebastian Hoeneß taktisch leichte Anpassungen vorgenommen hat. Maxi Mittelstädt positionierte sich etwas tiefer als noch in der ersten Halbzeit. Auch Atakan Karasor schob nicht mehr ganz so weit vor. Und wenn wir schon bei Maxi Mittelstädt sind, ja beide haben ja eigentlich einen Sweetspot für ihn. Was sagst du denn zur Leistung vom Samstag? Surreal. Also wirklich komplett surreal. Also ich habe ja zwischendurch dann mal aus dem Stadion rausgelegt, das ist halt Mittelstädt Masterclass in der zweiten Halbzeit. Er hat 19 Zweikämpfe geführt und 11 davon gewonnen. Also er hat mehr Zweikämpfe gewonnen, als glaube ich jeder andere Spieler auf dem Feld überhaupt geführt hat. Er hatte 89 Prozent Passquote. Er hat Gegner und gegnerische Fans komplett entnervt. Er hat beim 1-0 den vorletzten Pass gegeben. Er hat vom 2-1 den Assist gegeben. Das war einfach ein überragendes Spiel von ihm. Und in der zweiten Halbzeit hast du dann gesehen, was er da auf der linken Seite macht. Und da hast du gesagt, ist das der Mittelstädt aus Berlin? Das kann nicht der Mittelstädt aus Berlin sein. Weil es war so gut und wie er und Chris Führig auf der linken Seite dann auch mittlerweile harmonieren. Man sieht es total oft, Chris Führig kriegt den Ball. Mittelstädt hinterläuft, überläuft, innen, außen, irgendwas. Also die zwei harmonieren richtig gut. Das hat mich total begeistert. Dazu kommen noch 13 abgefangene Bälle. Die meisten aller Spieler. Auch das ist ein guter Wert. Er hat Flanken geschlagen. 67 Prozent seiner Flanken kamen an. Das ist richtig gut. Das ist auch richtig gut. Und über die Zweikampfstärke hast du schon gesprochen. Auch da wirklich beeindruckend, was Maxi da so geleistet hat. Und ich bin irgendwie dankbar dafür, dass wir ja beide nach dem Heidenheim-Spiel gesagt haben, okay, so ein Typ hätte uns vielleicht geholfen, gegen Heidenheim irgendwie das Spiel zu ziehen oder zumindest einen Ausgleich zu erzielen. Und er bestätigt das seitdem eigentlich durchgängig. Also gegen Dortmund herausragend gespielt. Jetzt nochmal einen draufgesetzt. Für mich nicht wegzudenken, gerade aus der Stadtelf. Genau, zum Glück nicht wegzudenken, denn da kommen wir später noch drauf. Hiroko Ito ist verletzt. Er fällt bis Jahresende aus. Und ja, deswegen ist Mittelstadt auf links sowieso gesetzt und halt umso wichtiger denn je. Und deswegen ist es halt total schön, dass er so gut in Form ist. Und ich glaube, dass die zweite Halbzeit in Frankfurt war wirklich seine beste Halbzeit im VfB-Trikot. Gehe ich mit. Viele Chancen gab es nicht. Da haben wir schon drüber gesprochen. Die Frankfurter hatten nicht so viele Chancen. Auch wir hatten in der zweiten Halbzeit erstmal Probleme, uns Chancen zu erarbeiten. Aber in der 53. Minute gab es eine ganz gute. Wieder war Jamie Leveling beteiligt, muss man sagen. Der grundsätzlich eine gute zweite Halbzeit spielte, wenn du mich fragst. Anton schippt einen Ball long line auf Jamie. Der setzt sich dann gut gegen Max durch. Für mich ein klarer Stürmerfoul. Echt? Ja, der Ball geht gerade runter und Jamie Leveling läuft nicht dem Ball hinterher, sondern läuft einmal nach links in seinen Gegenspieler rein und checkt den weg. Also für mich ein klarer Stürmerfoul. Also für mich war das zu wenig. Ein klarer Stürmerfoul. Aber es kann auch sein, dass ich da etwas parteiisch draufgeblickt habe. Ich bin total parteiisch, aber ich habe es auch im Stadion gesehen. Stürmerfoul, ich habe es jetzt noch ein paar Mal gesehen. Klarer Stürmerfoul. Er läuft nicht dem Ball hinterher, sondern läuft einfach random nach links in seinen Gegner rein, um den halt wegzublocken. Naja. Aber nein, kein Stürmerfoul. Alles Ball. Absolut, so sehe ich es auch. Nein, aber Jamie Leveling, zweite Halbzeit, auch richtig gut. Und er hat diese Körperlichkeit. Und wenn es dann nicht abgeführt wird, cool. Und er lässt sich so schnell den Schneid nicht abkaufen mit seinem Gegenspieler. Insofern richtig gut. Ich finde, er übt da schon mal ein bisschen für die internationale Härte, die natürlich dann ab nächster Saison angelegt wird bei unseren Zweikämpfen. Hast du das Europapokal-Dings noch auf deinem Soundgeld? Leider nicht. Ich kann mal gucken. Doch, doch, doch. Ich habe es natürlich. Wir müssen jetzt wieder alle stark sein. Aber hier ist sie wieder. Die Flöte. Gespielt von meiner Tochter. Grüße gehen raus. Einer der schönsten Momente im Fanprojekt. Das Fanradio. Nein, aber genau. Aber Jamie Leveling, internationale Härte, hat er auf jeden Fall schon am Start und hat es auch in Frankfurt gezeigt. Und leitet da vielleicht die zweitgrößte Chance für den VfB in der zweiten Halbzeit ein. Ja, es war gut gemacht. Dennis verpasst dann nur ganz knapp. Chris, der wieder am zweiten Pfosten. Ich lasse es jetzt einfach laufen. Ja, gerne. Ich finde super. Chris, der wieder am zweiten Pfosten wartet und den Ball bekam. Die Frage, die ich mir dann gestellt habe, erkannte er die Möglichkeit nicht, die er eigentlich hatte? Denn du siehst, Buta, der ihn ja eigentlich schon überlaufen hat. Chris hätte den Ball einfach nur stoppen müssen und nach hinten prallen lassen müssen. Und dann hätte er eigentlich mit links aufs Tor schießen können. Also das muss eigentlich das 3-1 sein. Ja, ich glaube, Chris Führig will den Ball nochmal in die Mitte zurücklegen. Aber er kann halt abschließen. Also direkt wahrscheinlich nicht, aber wirklich nochmal irgendwie abstoppen. Und dann ist eigentlich alles komplett frei. Aber ich glaube, das hat er tatsächlich dann in der Hektik der Situation nicht erkannt, wie groß die Chance war. Es sei ihm verziehen, denn es wäre ja am Ende gut. Jamie Leveling haben wir jetzt schon zweimal, dreimal vielleicht auch positiv erwähnt. Lass uns mal kurz über ihn reden. Was sagst du zu seiner Leistung? Das war aus meiner Sicht einer seiner besseren Auftritte. Gehe ich mit? Licht und Schatten, wie immer? Ja, Licht und Schatten, wie immer, klar. Aber ich finde, er hat seinen Startelfeinsatz durchaus gerechtfertigt. Ja, sehe ich genauso wie du. Er hatte ein paar gute Balleroberungen in der eigenen Hälfte. Mir gefielen auch seine Cuts, wenn er in den Strafraum ins 1 gegen 1 ging. Also, weißt du, was ich meine? Wenn er reinzieht, ja. Wenn er andribbelt und dann aber seinem Gegenspieler vortäuscht. Ich gehe jetzt rechts, er geht dann aber nach links. Es sind keine richtigen Haken, sondern er cuttet dann immer so. Das finde ich auch richtig, richtig gut, muss ich sagen. Das hat er ein paar Mal sehr, sehr schön gemacht. Die Pässe waren diesmal sehr präzise und gut. Die vorwärts gespielten Pässe von ihm kamen alle an. Und insgesamt kommt er auf einen Wert von 89 Prozent angekommene Pässe. Also, das ist gut. Er schlug fünf Flanken, davon kamen fünf an. Auch das ist ein guter Wert. Und hinter Maxi und Enzo führte er die meisten Zweikämpfe und gewann auch wirklich viele davon. Also, das ist unser zweitbester Zweikämpfer gewesen am vergangenen Wochenende. Das sollte man nicht vergessen. Und das, obwohl er nach 59 Minuten ausgewechselt wurde. Also, starker Wert. Genau, also ich würde auch sagen, bemüht wie immer, aber mittlerweile stimmt auch der Ertrag, weil er war durchaus produktiv in dem Spiel. Ja, der VfB spielte Fußball als Team, muss man sagen, hat man gesehen, dynamisch, mit viel Übersicht und sehr klar erwachsen, sagen die Kommentatoren dann immer gerne. Und viele sitzen vor dem Fernseher und fragen sich, was heißt das eigentlich? Also, was bedeutet das denn eigentlich, erwachsen zu spielen? Ich habe mir da auch mal ein paar Gedanken drüber gemacht. Du kannst gerne meine Liste erweitern oder mich korrigieren. Weil ich dachte mir so, was für mich erwachsen ist, ist einfach, die Aktionen, die du siehst, folgen einem gewissen Muster, gewisse Prinzipien, die sind reproduzierbar. Es ist einfach, es hat einfach Struktur und du verstehst es, was der VfB vorhat, aber du kannst es nicht verhindern, weil es so gut ist, beziehungsweise so präzise gespielt ist, dass dir eigentlich kaum ein Mittel gegeben ist, um dann zum Beispiel Pässe abzulaufen, Zweikämpfe zu gewinnen. Der VfB ist einfach zu schnell für die Gegenspieler. Dann auch egal, ob Pass, Zweikampf oder zum Beispiel das Anlaufen. Es ist immer konsequent und entschlossen. Auch das siehst du jetzt in dieser Saison und das ist ein Thema gewesen. Das haben wir, glaube ich, in den letzten vier Jahren in jeder Spielzeit irgendwann mal aufgemacht, dass manchmal angelaufen wird und du weißt eigentlich, der Spieler hat keine Ahnung, warum er es gerade macht. Der läuft im falschen Winkel an, der läuft gerade an, wo du denkst, was genau willst du gerade machen? Oder er weiß genau, was er macht, aber seine zehn Teamkameraden wissen das nicht. Auch das. Und das ist jetzt zum Beispiel komplett anders. Jeder weiß, was zu tun ist und sie sind auch rein technisch, so wirkt es auf mich, besser vorbereitet auf die Gegner. Also du siehst halt einfach, dass sie die richtigen Füße anpressen bei ihren Gegenspielern, das hatten wir auch in der vergangenen Saison, das ein oder andere Mal nicht. Da wurde der Linksfuß auf rechts angepresst und so. Also das hatten wir alle schon und das funktioniert einfach gut. Dann finde ich, man scheint immer in der Lage zu sein, die notwendigen Anpassungen vorzunehmen, ohne dass Sebastian Hoeneß unbedingt intervenieren muss. Also du merkst einfach, die Spieler verstehen inzwischen selbst, was von Nöten ist, um zum Beispiel wieder zurück ins Spiel zu kommen, einen Spielstand über die Zeit zu bringen. Auch das sieht man, auch das ist eine Weiterentwicklung, auch das ist für mich ein erwachsenes Fußballspiel. Das Thema Rückschläge, Resilienz, wie man damit umgeht. Die Köpfe bleiben oben, egal was passiert. Der VfB Schückert kriegt halt ein Tor. Und dann schießen wir halt noch eins. So einfach ist das. Und genau das leben eigentlich fast alle Spieler, die auf dem Platz stehen. Und was natürlich auch wirklich absolutes Faustpfand ist, die eingewechselten Spieler fallen nicht ab. Ja, da sind wir halt dann bei Serou und bei Joscha Wagnermann, die in der 59. Minute eingewechselt wurden. Ich glaube, Joscha wurde jetzt nicht nur deswegen gebracht, damit er wieder Minuten bekommt, deswegen natürlich auch, sondern man spielte ja dann mit Doppelspitze, wie schon gegen Dortmund das für ein paar Minuten der Fall war. So hat man es jetzt hier auch wieder versucht. Und ich glaube schon, dass Sebastian Hoeneß sich gedacht hat, wenn ich dann noch mit Jamie einen dritten Offensiven sozusagen drauflasse, ist mir das vielleicht zu riskant. Dann bringe ich den Wagnermann, der ja nach vorne auch was machen kann. Ja, ja klar. Aber nach hinten vielleicht noch ein bisschen stabiler ist als eben Jamie Levening. Genau, ich fand es halt trotzdem mutig. Du führst den Frankfurt auswärts mit 2 zu 1. Und was machst du? Nimmst halt mit Chris Führig einen Flügelspieler runter und bringst die zweite Spitze. Also normalerweise, wir können jetzt darüber diskutieren, was Bruno Labbadia gemacht hätte. Ich hätte ja einen Innenverteidiger gebracht. Also ich fand das schon ein Stück weit mutig. Und zu deinem Punkt, was eine Mannschaft erwachsen macht, würde ich noch anfügen, du hast die Anpassungen erwähnt und ich würde da noch anführen, so eine gewisse Selbstorganisation. Du hast ja diesen wunderschönen Clip gepostet, was in der Halbzeitpause von Dr. Felix Brüch passiert ist. Da stehen acht VfB-Spieler zusammen und diskutieren, wie sie jetzt spielen wollen. Und einer der Wortführer ist Enzo Millot. Und das finde ich Wahnsinn. Und ich habe mir überlegt, du hast aktuell in dieser Mannschaft gefühlt keine Mitläufer. Es sind alles Lieder. Also da sind manche vielleicht qua ihres Naturells ein bisschen ruhiger, wie zum Beispiel ein Chirurgi Ito. Aber der diskutiert da auch mit. Aber du hast halt wirklich ein Kollektiv. Und da diskutiert dann auf einmal Enzo Millot mit dem Zagadou und dem Anton. Und die Mannschaft organisiert sich ein Stück weit selber, weil sie auch merkt, hey, das, was unser Trainer mitgibt, das funktioniert halt. Und wir können uns dann auch selbst irgendwie so ein Stück weit verwalten. Und das ist für mich auch noch so ein Punkt, warum das gerade so funktioniert. Und wie gesagt, die Wechsel fand ich dann durchaus mutig. Und ich muss gestehen, ich hatte das Gefühl, die Doppelspitze, Achtung, funktioniert noch nicht so richtig gut. Ja, ich frage mich, ob das jetzt an Seru lag, der vielleicht wirklich noch müde war. Er wirkte nicht ganz so griffig, wie wir das von ihm kennen. Er hatte auch nicht diese Präsenz, die ich sonst in den letzten Spielen von ihm immer wieder gesehen habe. Also ich erinnere mich noch, als er gegen Dortmund reinkam, da hast du auf den Rängen gemerkt, okay, der schaukelt das Ding schon, aber auch auf dem Platz. Und diesmal wirkte das anders. Das kann natürlich auch mit der Stimmung im Stadion zu tun gehabt haben. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Also zwei Dinge, die mir aufgefallen sind tatsächlich, dass Chris Führig auf dem linken Flügel ein brutales Loch hinterlassen hat. Also du hast es wirklich, ich saß ja wirklich ganz weit oben, hab drauf geguckt und da war wirklich ein Loch. Da war einfach kein VfB-Spieler. Da, wo Chris Führig war, war niemand mehr. Und er hat dem VfB mit seinem Tempo wirklich gut getan. Und der andere Punkt für mich war, du hattest ohne Gerasi ein Aufbauspiel, das relativ flexibel war. Alex Nübel hat die Bälle mal zentral gespielt, auf Unterf, mal nach links, mal nach rechts. Und sobald Gerasi auf dem Platz war, ging gefühlt jeder Nübel-Ball auf Gerasi. Er hat die meisten auch behaupten können, weil er ein richtig guter Wandspieler ist, aber es war sehr ausrechenbar. Und mit ihm ist so ein bisschen die Flexibilität verloren gegangen. Ja, ich gebe dir absolut recht, es wirkt noch nicht so ausgereift wie zum Beispiel gegen Dortmund. Da haben wir es ja auch phasenweise gesehen, dass die beiden zusammengespielt haben. Da wirkte aber auch Dennis Unterf umtriebiger. Ja, also das muss ich glaube ich noch finden, das Zusammenspiel zwischen den beiden. Würdest du jetzt am kommenden Samstag das Wagnuss eingehen? Weil ich frage mich halt schon, ob das Sinn macht. Weil wie du halt sagst, du musst ja irgendwas opfern. Also du musst entweder den rechten Flügel opfern oder den linken Flügel. Enzo wird er nicht rausnehmen. Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Chris wird er auch nicht rausnehmen. Also es wird wahrscheinlich Jamie treffen. Und das ist natürlich die Frage, wie das dann funktioniert. Und das ist tatsächlich spannend. Und das ist jetzt irgendwie so Peak-Luxus-Problem. Du hast zwei richtig geile Stürmer, kannst aber nicht beide spielen lassen, weil dir sonst auch ein entscheidendes Element fehlt. Und du eigentlich keinen der Spieler dahinter opfern willst. Und so wird es einfach gekommen. Also dass wir jetzt nicht wissen, wie wir rausnehmen sollen. Wir werden nachher darüber sprechen. Das kann ich dir versprechen an der Stelle. Frankfurts erste gefährliche Tor-Annäherung gab es erst nach 68 Minuten, als Lars von der Ball vor die Füße fällt und er aus 17 Meter abzog. Könnt ihr gerade eben auch nochmal auf YouTube sehen. Und dass so wenig von Frankfurt kam, lag definitiv an uns. Wir schaffen es einfach wirklich, den Spielfluss immer wieder zu unterbinden. Das war auch manchmal ein bisschen dirty, aber einfach super effektiv. Der VfB verteidigt das super kompakt, entschlossen. Es fiel der SGE einfach extrem schwer, sich klare Torchancen zu erspielen. Ja, und in der 80. Minute kam dann Siders für Dennis Undaff in die Partie. Was sagen wir denn zum Doppeltor-Schützen? Ja, überragend. Also was willst du sagen? Also ich meine, erst hat er sieben Tore, glaube ich, geschossen. Ja. Brutal. Zwei Vorlagen. Zwei Vorlagen. Und er spielt halt so unkonventionell. Und er ist halt so clever im Spiel. Diese Spielintelligenz, die er hat. Und ich mag das total. Also er ist ein komplett anderer Typ natürlich als Ciro Gerasi, aber trotzdem eine Granate. Also was soll ich sagen? Ja, besser kann man es nicht zusammenfassen. Die Ablagen, die er immer wieder drauf hat, sind gut. Er dribbelt nicht kopflos an, sondern sucht sich wirklich gezielt die Momente aus. Ja, also gerade wenn es Sinn macht, dann geht er halt drauf. Die beiden Tore stehen eigentlich für sich herausragend gemacht. Er hat einfach den Instinkt, du hast es ja auch mal gesagt, der steht einfach da, wo der Ball hinkommt. Genau. Und der Ball weiß gar nicht, dass er dahin prallen wird, aber der Ball kommt immer dahin, wo Dennis Undorf steht. Das ist halt so. Absolut richtig. Naturgesetz, ja. Was mir auch gut gefallen hat, gerade so in der Endphase, so ab der 75. Minute, dann gab es ja schon mal Situationen, die Eintracht hatte einen Eckball, wir fangen das Ding ab, der Ball kommt zu Dennis und dann rennt er nicht planlos nach vorne oder so, sondern er macht dann den Ball fest, setzt seinen Körper ein, schirmt den ab und das ist einfach gut. Das brauchen wir auch in dem Moment. Ja, bei Dennis Undorf ist es Instinkt. Ich hätte es Bauernsteuer genannt, aber Instinkt ist auch richtig. Ja, er macht halt instinktiv das Richtige. Absolut. Und das unterscheidet ihn dann auch, das ist jetzt No Front, aber zum Beispiel von einem Silas, der den Ball nimmt und halt rennt und dann ist der Ball halt wieder weg und Undorf macht es halt irgendwie cleverer. Apropos Silas, wir hatten noch zwei gute Torchancen, wir fangen an mit Seru in der 82. Minute. Können wir bitte über den Pass von Millot sprechen? Es ist herausragend. Ich möchte eigentlich gar nicht über den Abschluss sprechen, da dachte ich auch im Stadion, was ist gerade passiert, Seru Gerasi, Chippt den Ball über den Keeper und der Ball geht neben das Tor. Ist das überhaupt möglich? Ja, auch das ist möglich, aber ich möchte eigentlich über den Pass sprechen, weil nach dem Ballgewinn, aus der Innenverteidigung, ich weiß gar nicht, wer es war, wird der Ball zu Millot rüber gechippt und er muss erstmal den Ball im Vollsprint erlaufen, weil der Ball Richtung Seiten ausgeht. Er behauptet den Ball, hat dann gleich Gegnerdruck, legt dann den Ball mit Leichtigkeit, ich weiß gar nicht, ob er seinen Gegenspieler tunnelt oder nur vorbeilegt, aber legt ihn dann mit einer minimalen Bewegung vom linken Fuß an seinem Gegenspieler vorbei, was unfassbar schon ist, hat dann auf einmal Raum und spielt dann aus der Eigenhälfte diesen Quarterback-Pass, also ich kann es nicht anders nennen, wirklich mundgerecht in den Lauf von Seru Gerasi, das war brutal. Ja, brutal gut, das Einzige, was fehlte, ist die Abschussqualität von Seru Gerasi, die wir eigentlich gewohnt sind. Das muss man leider sagen, er war aus meiner Sicht in der idealen Abschussposition, seitlich aufs Tor zu und er versucht dann, du hast es schon gesagt, den Trademark Lupfer. Der gelingt auch. Der gelingt auch, aber ich glaube, dass Trab sich halt auch da gut vorbereitet hat, weil du siehst, er stellt nur den kleinen Bock und zieht dann noch die Hand hoch. Also er hat sich darauf schon ein Stück weit eingestellt, vielleicht würde Seru beim nächsten Mal irgendwie eine andere Schussoption wählen, einfach draufzimmern, keine Ahnung. Genau, einfach Vollspannwinkel, ja. Aber wenn das so oft funktioniert, ist es natürlich auch nachvollziehbar, dass er es hier versucht. Also das lasse ich mir gefallen. Genau, also im Stadion haben wir gesagt, das muss abseits gewesen sein, man hat sonst ja dann reingemacht, aber wie gesagt, also dieser Pass, der hat mich verrückt gemacht, also irre. Es war herausragend und es gab immer wieder solche Pässe, wo du einfach dachtest, wo kommt das denn jetzt her? Also das haben sie einfach drauf und in NCMio sowieso, ich bleibe dabei, das ist der beste Linksfuß bei uns im Kader, obwohl ich da mit einem VfB-Trainer neulich mal eine interessante Diskussion führen durfte, der sieht es nicht ganz so wie ich. Okay, nee, aber wie gesagt, er kriegt ja nicht den Ball und hat irgendwie ewig Zeit, um diesen Pass zu spielen, sondern er hat Boothalldruck, er muss den Ball erst erlaufen, dann hat er einen Gegenspieler in den Hacken, muss er den Zweikampf quasi gegen den gewinnen und dann spielt er diesen Pass halt auch, dreht sich ja erst rein und spielt dann, also Wahnsinn. 85. Minute, das war die zweite Chance, die sich dann Silas bot. Weitere mal Anton, wir haben gerade über starke Leistungen gesprochen, ist hier, glaube ich, zu nennen. Mit einer starken Balleroberung in der gegnerischen Hälfte. Ich glaube, er gewinnt den Ball, hat dann auch einen Gegenspieler auf den Füßen und legt den Ball auch, geht ins Dribbling. Aber es ist Waldemar Anton. Es ist Waldemar Anton, aber sorry, ich meine, er gewinnt den Ball in der gegnerischen Hälfte und geht dann da ins Dribbling und gewinnt das, als ob es das Selbstverständliche der Welt wäre. Und das ist halt Selbstvertrauen, das kannst du halt dir nicht erkaufen. Also das musst du halt dir erwinnen quasi und das hat der VfB gemacht und das siehst du halt bei jedem Spieler, wie viel Selbstvertrauen die haben und auch in der Situation Waldemar Anton wirklich komplett im Bossmodus, die ganze zweite Halbzeit. Hundertprozentig, spielt weiter auf Stiller. Ich mache das mal rund, das Ding hier. Stiller kann dann auch super easy den Ball vorbei an Pacho, auf Girassi passen. Ich finde den Pass von Siru eigentlich ganz gut. Ja. Ja, kann man nichts sagen. Erreicht Silas, der muss den Ball dann direkt nehmen. Anders ging es nicht. Der macht es gut. Und ja, geblockt von im Bimbe. Ich gönne Silas wirklich alles und die Kritik, die ich jetzt äußere, bezieht sich auch nicht auf diese Szene. Aber insgesamt merkst du einfach, dass diese Leichtigkeit, diese Unbeschwertheit, die wir an ihm so schätzen, die fehlt gerade. Ja. Das merkt man, finde ich. Ja, ich glaube, es ist für ihn schon eine schwierige Phase. Die Mannschaft performt halt wie Sau und er fällt da halt so ein bisschen ab tatsächlich. Ist halt kein Stammspieler mehr und man muss tatsächlich auch sagen, mittlerweile würde ich sagen, hat eben Jamie Leverling den Rang abgelaufen, ist meine Einschätzung und das ist für ihn sicherlich nicht ganz einfach. Ja, und ich möchte noch mal klarstellen, das ist kein Silas Gebäsche oder sonst irgendwas. Ich gönne ihm wirklich alles und wenn der seine Qualitäten, die er auf jeden Fall mitbringt, wieder aufs Feld bringt, dann ist das für mich ganz klar auf der rechten Seite die erste Option. Nur momentan kann Jamie Leverling, gerade was die Defensivarbeit angeht, uns viel mehr geben als Silas. Ist so. Und ich glaube auch, dass es für Silas vielleicht ganz okay ist, dass er gerade von der Bank kommen kann. Weil er hat diese Szene, er hatte zum Beispiel auch eine gute Szene gegen Union Berlin, als er das Tor erzielte, erinnerst du dich vielleicht noch? Ja, klar. Ja, also das ist jetzt nicht so, dass da gar nichts kommt. Der macht das schon ganz gut, aber du merkst einfach, dass da noch einen Ticken mehr gehen könnte. Und warum er das gerade nicht abrufen kann, manchmal ist es Pech, würde ich jetzt sagen, bei diesem Abschluss. Ja, absolut. Und manchmal ist es halt dann wirklich dieses Unkonventionelle, was er dann an den Tag legt, mit dem Kopf durch die Wand oder ja, einfach zu verspielt in manchen Situationen, nicht klar genug. Aber ich bin mir sicher, auch ihm wird diese Phase jetzt guttun und er wird da gestärkt rausgehen, also guttun im Sinne von diese Erfolge, die wir jetzt gerade einfahren. Das wird ihm auch, wie gesagt, guttun. Ja, ich glaube, es ist einfach ein Entwicklungsprozess und das ist ja auf der anderen Seite auch gesehen bei Ex-VfB-Spieler Oma Mamouche, der auch Sachen macht, wo du denkst, oh, what the fuck, ey, warum schießt du da jetzt aus 25 Metern? Also auch der muss halt dann sich noch entwickeln halt und ja, das sind beides junge Spieler und da geht noch was. Frankfurt, muss man sagen, so richtig gefährlich kommen sie nicht mehr vor das Tor. Es gab in der 88. noch so eine Halbschance für Nankamp, der am zweiten Pfosten versuchte, irgendwie so ein Bein noch zu ergrätschen, den, glaube ich, Götze reingespielt hat. Da braucht man, glaube ich, jetzt nicht lange drüber reden. Das war keine große Chance, weil eben Nankamp nicht an den Ball kam. Und ich glaube, wenn er so gespielt worden wäre, dass Nankamp an diesen Ball hätte kommen können, dann hätte Ito den vorher weggeklärt. Also der ist ja da noch so reingerutscht in den Schuss. Ich bin mir nicht sicher, ob er sich bei dieser Situation verletzt hat, aber wir müssen natürlich ganz kurz darüber sprechen, dass Hiroki Ito mit einer Muskelverletzung an der Rückseite des Oberschenkels einfach jetzt lange ausfallen wird. Dieses Jahr wird er kein Spiel mehr machen. Er ist auch bereits nach Japan geflogen, wird dort wohl auch dann die Reha absolvieren. Und es ist auch nicht so, dass er dann direkt im Januar hier wieder aufschlagen wird, denn dann stehen erstmal die Asien-Meisterschaften an. Das heißt, es kann gut sein, dass wir Hiroki Ito im Dezember, im Januar nicht sehen und dann erst irgendwie Mitte Februar hier wieder in Stuttgart begrüßen dürfen. Das ist nicht so schön. Nee. Aber tatsächlich, muss man sagen, mit Maxi Mittelstädt haben wir ja, wie gesagt, jemanden für die linke Seite. Mit Stenzel und Roh haben wir ja zwei Spieler, die dann auf der rechten Seite reinrücken können. Dann geht halt Anton wieder auf die zentrale Innenverteidigung-Position. Dann haben wir Daxo. Also das kann man schon kompensieren, aber natürlich ist es halt relativ unschön. Ja, das Tolle bei Ito ist halt, du weißt im Endeffekt, der fällt nicht ab. Das ist noch nicht mal ein Spieler, der immer eine Kickernote 3 bekommt, sondern eigentlich einer, der immer eine Kickernote 2 bekommt. 2 bis 3 bekommt. Zweifelsfall halt irgendeinen 50-Meter-Pass spielt, der halt direkt zum Tor führt. Ja, ja. Und selbst auch einen guten Abschuss hat. Er zeigt zwar nicht mehr so häufig, aber wir wissen, dass der schon wirklich einen Gewaltschuss hat. Gerade der linke Fuß ist da richtig, richtig gut. Also das ist schon ein schmerzhafter Verlust und wir können das vielleicht kompensieren jetzt bis zur Winterpause, aber wir fallen natürlich dann im Januar einige Spieler aus. Wir reden über den Afrika Cup, wir reden natürlich auch über die Asien-Meisterschaften, Mujong Chong wird auch nicht zur Verfügung stehen. Irgendwann sind es dann doch ein paar viele Ausfälle, vielleicht zu viele Ausfälle. Genau, und wir reden auch darüber, dass wir aktuell, außer Niklas Nathai, keinen verletzten Spieler im Kader haben. Also es sind halt alle fit und das ist ja eher die Ausnahme als die Regel und da kann man wirklich nur die Finger kreuzen, dass das halt so bleibt, dass man halt dann so einen langfristigen Ausfall puffern kann. Und mich hat es tatsächlich ein bisschen gewundert, weil er hat das Spiel ja dann bis zum Ende bestritten und dann kommt die Meldung, ja, der macht kein Spiel mehr, also fällt halt für den VfB jetzt ja wirklich mehrere Spiele, Wochen aus. Das heißt, es muss ja eine gravierende Muskelverletzung sein, also ein Muskelfaserriss vermutlich oder ähnliches und keine Kleinigkeit. Also wir haben mich ein bisschen gewundert. Der Felix Brich unter den Bundesliga-Verteidigern, der spielt einfach durch. Genau, würde mich auch nicht wundern, wenn Felix Brich am nächsten Spieltag wieder pfeift. Ja, vielleicht, das kann schon sein. Es wäre spektakulär. Ja. Aber wenn man es einem zutrauen könnte, dann ihm. Absolut. Damit er mit dem 345. Bundesligaspiel dann der alleine Rekordinhaber ist. Das bedeutet ihm übrigens viel. Ich habe ein Interview mit ihm gelesen. Echt? Ja, tatsächlich. Aber wenn ich Spiele pfeifen würde, dann würde ich sagen, ich will den Rekord auch haben. Ja, er sagt halt, wir können ja keine Pokale gewinnen oder halt Meisterschaften oder so und dann sind halt solche Rekorde wirklich wichtig für Schiedsrichter. Also kann ich schon nachvollziehen. Glückwunsch nochmal, Herr Brüch. Haben sie sich verdient. So. Wir haben darüber gesprochen, dass Frankfurt in der Schlussphase eigentlich keinen Druck aufbauen konnte. Das finde ich aber doch nochmal erwähnenswert, weil es uns ja auch schon gegen Dortmund aufgefallen ist und das liegt an unserer Verteidigung. Weil das sind aus meiner Sicht wirklich Dortmund und Frankfurt zwei Power-Truppen. Die können dich in der Schlussphase komplett hinten drin pinnen und das ist wirklich nicht leicht, das so zu verteidigen. Und der VfB schafft das. Warum? Weil wir gut sind. Genau. Das ist die Begründung. In dem Fall auch möchte ich nochmal anmerken, wir haben schon im Neckar-Stadion gemerkt, dass halt wirklich dann die Fans den VfB noch zum Erfolg brüllen. Es gab keine Fans, die die Eintracht zum Ausgleich gebrüllt haben. Also das ist für mich tatsächlich auch ein Faktor. Also es gab keine Stimmung in diesem Stadion, die nochmal die Mannschaft irgendwie angestachelt hat. Also die 40.000, die da waren und supportet haben, die waren halt ruhig. Die organisierte Fanszene hat keinen Support geleistet, aus gutem Grund. und da ist auch nichts entstanden, da gab es kein Momentum halt. Das Spiel hat, glaube ich, 96 Minuten gedauert, aber da kam nichts mehr halt. Und wie gesagt, also das Thema kein Support aufgrund des Polizeieinsatzes ist sicherlich ein Thema, was da auch mit reinspielt. Was für mich übrig bleibt, ist halt die Erkenntnis, dass der VfB Stuttgart a glänzen kann, aber auch ackern, das haben wir gesehen. Man kann wirklich sich dann auch wieder in der Partie richtig reinkämpfen. Es gab die Phase in der ersten Halbzeit, wo es nicht so gut lief. Die zweite Halbzeit war komplett dominant. Der VfB hat die Qualität, einen Gegner wie Eintracht Frankfurt phasenweise zumindest zu dominieren. Auch das tat mal gut. Und hier würde ich wirklich nicht sagen, dass Frankfurt einen schlechten Tag hatte, sondern der VfB hatte gerade defensiv gesehen einen richtig, richtig guten Tag. Und das nehme ich aus dieser Partie mit. Wir haben zwar, was die Offensivdaten angeht, jetzt nicht neue Rekorde erstellt. Das kann ich schon mal sagen. Das war das Spiel mit den wenigsten Angriffen des VfB Stuttgart. 32 waren es insgesamt. Und mit den wenigsten Torschüssen, das waren 10. Also da hatten wir auch schon ganz dunkle Phasen. Da kam man dann auf 4 oder so. Das ist immer noch ein guter Wert. Und was ich interessant finde, es war auch die Partie mit den zweitwenigsten Ballbesitzphasen, bei denen der gegnerische Strafraum erreicht wurde. Gab es nämlich nur 12. Sonst hat der VfB es eigentlich immer gut geschafft, sich in den Strafraum vorzuspielen und natürlich dann auch Chancen, Abschlussgelegenheiten zu haben. Das war diesmal nicht der Fall. Und trotzdem, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe in der zweiten Halbzeit keine Angst gehabt, dass das Ding schief geht. Klar, es kann immer mal einer reinfallen, irgendwie ein komischer Elfmeter oder sonst irgendwas. Aber rein von dem, was ich gesehen habe, auf dem Platz, war ich mir sicher. Ich war mir eigentlich sicher, wir machen noch mindestens ein Tor. Aber ich hatte keine Angst, dass Frankfurt uns hier nochmal einen einschenkt. Ne, also auch aus Stadionperspektive war die zweite Halbzeit wahnsinnig stark. Also wir standen halt hinter dem Tor, vor dem der VfB verteidigt hat und wir dachten, das kann ja nicht wahr sein. Also gefühlt hat wirklich, haben Waldemar Anton und Daxo haben jeden Zweikampf gewonnen. Maxi Mittelstädter hat links jeden Zweikampf gewonnen. Gegen irgendwelche Dribblings, die er gewonnen hat. Man hat sich hinten raus aus brenzligen Situationen mit drei, vier kurzen Pässen befreit. Also da hat wirklich alles funktioniert. Man hat sich gegenseitig geholfen. Und also ich bin der Meinung, man hat zwar die Tore in der ersten Halbzeit geschossen, aber das Spiel gewonnen hat man in der zweiten Halbzeit. Aber das war die eindeutig bessere Leistung, gerade defensiv. Und das war, sah so reif, so abgeklärt aus. Man hat wirklich alles einfach wegverteidigt. Das war richtig, richtig geil. Gehe ich komplett mit. Und ich gehe auch davon aus, wenn der VfB Stuttgart am kommenden Samstag so auftritt, sollte es auch gegen Bremen möglich sein, drei Punkte einzufahren. Ja, und dann kommen wir schon zum Serviceblock, Sebastian. Denn es heißt mal wieder... Dopp-Spiel. Dopp-Spiel, genau. So sieht es aus. Wieder Samstag, wieder 18.30 Uhr. Das bedeutet für die Kollegen vom VfB-Radio 18.15 Uhr Aufnahmestart. Genau. Und ihr seid dabei, wenn ihr in euren Internetbrowser eurer Wahl eingebt, vfb.de slash radio. Und ich weiß nicht, wer von den beiden kommentieren wird, aber einer von beiden ist dann wieder im Neckarstadion und wird die Stimmung da aufsaugen und euch dann über das Spiel informieren. Und wird komplett durchdrehen, wenn ein Tor fällt. Da freue ich mich jedes Mal drauf. Sebastian, wettertechnisch wird es, glaube ich, zapfig am kommenden Samstag. Also für alle, die Bock haben, ins Stadion zu gehen, zieht am besten alles an, was ihr habt. Ich weiß nicht, wie war es in Frankfurt? Ging. War gar nicht so kalt, fand ich. War völlig okay. Aber ich glaube, am Samstag lieber die lange Unterhose anziehen oder wie es jetzt heißt, Funktionsunterwäsche. Sehr gut. Die packe ich mit ein, ziehe mich dann um auf dem Stadionklo. Selbstverständlich. Gibt es irgendwelche Probleme mit den öffentlichen Verkehrsmitteln? Sind Straßen gesperrt? Ist dir was bekannt? Mir ist nichts bekannt. Also es funktioniert so gut oder so schlecht wie immer. Nehmen lieber die Bahn vorher, aber ich glaube, aktuell fährt tatsächlich alles. Also, dann wünschen wir gute Fahrt und kommen zu Werder Bremen. Wie siehst du denn die Bremer in der laufenden Saison? Ja, läuft noch nicht so, ne? Also habe ich den Eindruck. Ja, sehr durchwachsen. Ja, würde ich auch sagen. Also von den letzten sieben Spielen konnte Werder nur eins gewinnen und das war die Partie gegen Union Berlin. Gut, und gegen die gewinnt jeder. Sieht fast so aus. Es läuft also tatsächlich nicht besonders rund an der Weser. In der Tabelle stehen sie auf Platz 12 und haben drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. So richtig, gebe ich aber ehrlicherweise zu, weiß ich gar nicht, was uns am Samstag erwarten wird. Weil ich habe bei Bremen immer das Gefühl, die können an einem guten Tag wirklich richtig, richtig guten Fußball spielen. Die können auch an einem guten Tag ekligen Fußball spielen. Die können es dir brutal schwer machen und mein Bauchgefühl sagt mir auch, dass es in diese Richtung gehen wird. Ich glaube, das könnte eine Partie werden, die du durchaus mit diesem Heidenheim-Spiel vergleichen kannst. Natürlich mit dem Unterschied, dass wir zu Hause spielen, unsere Fans uns nach vorne schreien werden. Klar, aber ich glaube, Resilienz wird ein Thema werden am Samstag. Ja, da gehe ich mit und ich sehe da tatsächlich auch Sebastian Hoeneß ziemlich gefragt, die Spannung hochzuhalten, weil du hast jetzt halt gegen Borussia Dortmund gewonnen und gegen Eintracht Frankfurt gewonnen. Das sind halt zwei Teams, die spielen international. Das sind absolute Bretter, gegen die zu gewinnen. Das hast du jetzt geschafft und jetzt die Spannung hochzuhalten und jetzt kommt halt Werder Bremen, bei allem Respekt, zu Hause ist eigentlich, wenn man die bisherige Saison betrachtet, ein klarer Heimsieg. Aber ich glaube, wenn du mit dem Mindset reingehst, das gewinnen wir sowieso, wird es schwierig. Also das haben wir gegen Heidenheim gesehen und insofern, du musst die Spannung hochhalten und da bin ich mal gespannt, ob das gelingt. Da hoffe ich halt, dass man genau aus diesem Heidenheim-Spiel gelernt hat. Ja, aber ich gebe dir natürlich recht, das ist auch eine Belastung für den Kopf. Du hast das perfekt zusammengefasst. Du hast ja zwei Gegner gehabt, die eigentlich, ja, vielleicht eine Kategorie, bei Dortmund eher sogar zwei über dir stehen. Ja. Die hast du aber besiegt mit tollen Leistungen. Ja, genau. Das verdient, ja. Ja, dann kommt Bremen jetzt, dann hast du am Mittwoch schon wieder ein wichtiges Spiel. Achtelfinale im Pokal zu Hause gegen Dortmund, auch das könnte unter Umständen schon im Kopf eine Rolle spielen und dann natürlich die Bretter mit Leverkusen, mit Bayern München, die noch auf dich warten. Also da kann es schon passieren, dass du den Fokus verlierst, aber ich gebe dir recht, Sebastian Hoeneß wird diese Aufgabe wahrnehmen, er wird die Mannschaft da richtig einstellen, da lege ich mich fest. Das ist ihm bislang eigentlich immer gelungen und wie gesagt, vielleicht war dieses Heidenheim-Spiel zu irgendetwas gut und wenn es nur dafür ist, dass man jetzt gegen Bremen nicht den Fehler macht, den man vielleicht gegen Heidenheim gemacht hat, für den man ja fast noch nicht mehr bestraft wurde. Wir erinnern uns an den verschossenen Elfmeter. Ja, und viele, viele hochgerechtige Chancen. Richtig. So hast du deine Watsche abbekommen, kann man sagen, und weißt im Endeffekt, okay, wenn wir hier gegen Bremen nur ein Mühe nachlassen, dann wird es einfach nicht reichen. Und man kann sich auch mal angucken, was die Bremer gut machen. Da fällt einem sofort auf, die können Standards schießen. Heidenheim lässt grüßen und sie haben Kopfball starke Spieler in ihren Reihen. Also da sollten wir aufpassen. Bremen spielt von der Formation her immer in so einem 3-5-2-Situativ. Wird das dann auch zu einem 3-1-4-2 oder kann sogar zu einem 5-3-2 werden, also sehr defensiv angelegt werden. Ähnlich wie Frankfurt hat Bremen auch überhaupt kein Problem damit, den Ball in der eigenen Hälfte einfach zirkulieren zu lassen und zu warten, ob sich irgendwas ergibt. Also die sind da relativ locker drauf. Es wird natürlich schwer, wenn wir so pressen wie gegen Frankfurt, dann wird Bremen da mit Sicherheit auch unter Druck geraten. Du hast dann Leo Bittencourt, der viel initiiert. Meistens sind es dann irgendwelche langgeschlagenen Bälle aus dem rechten Halbfeld einfach nach vorne. Da wird Chris Führig gefragt sein, Maxim Mittelstädt natürlich auch. Manchmal auch ein Angelo Stiller, der die Halbräume dann auf der linken Seite beackert. Aber die werden da mit Sicherheit was zu tun haben. Die rechte Werder-Seite, die halte ich sowieso für eine gefährliche Seite, weil du hast nochmal Mitchell Weiser mit dabei. Der hat viel Speed, gute Dribblings, gutes Passspiel, arbeitet auch wirklich sehr kompromisslos nach hinten mit. Eine gute Körperlichkeit immer mit dabei. Sie haben also eine gewisse Rechtslastigkeit, bauen aber auch durchaus wiederum über das Zentrum auf. Da kennen wir den Kollegen Stay noch, der dort das Scepter schwingt. So sieht es aus. So sieht es aus. Also die haben eine gewisse Qualität im Kader. Es gelingt nur in der Spielzeit es nicht mehr so regelmäßig diese Qualität aufs Feld zu bringen. Also die hatten auch ein paar Mal Pech, muss man ganz einfach sagen. Aber man sollte Werder nicht unterschätzen. Und wenn man glaubt, Werder möchte unbedingt offensiv spielen, weit gefehlt, die können auch einfach destruktiv spielen und verteidigen und dann setzen sie letztlich auf Konter. Und darauf können sie sich auch verlassen, weil sie können gut Konter und haben sie schon ein paar Mal gezeigt. Also das ist jetzt mal schon eine Herausforderung für den VfB Stuttgart. Gerade wenn dann eine Mannschaft vielleicht im Neckarstadion aufläuft, die sagt, hier habt einen Ball, macht was ihr wollt. Das haben wir auch jetzt gegen Dortmund gesehen, auch gegen Frankfurt gesehen. Also die Gegner wissen mittlerweile, wie der VfB spielen will und wenn dann Alex Nübel da steht und stellt den Fuß auf den Ball, dann sagen die Stürmer, ja, okay, cool, dann mach halt mal. Und es wird immer häufiger kommen und wir haben ja auch gesehen, der VfB findet dann Alternativlösungen. Aber ja, klar, Bremen wird kommen und sich erstmal nicht hinten reinstellen, aber sagen, VfB, mach du mal, sag mal, was du kannst. Und da muss der VfB Lösungen finden, die der VfB auch hat. Aber es wird ein spannendes Spiel und ich glaube, man sollte nicht in Rückstand geraten. Und die Lösung wird Bremen auch selbst anbieten, denn Bremen kann zwar gut kontern, ist aber auch zum Beispiel anfällig für Konter. Also sie schaffen es nicht immer schnell genug, die nötige Ordnung wieder herzustellen und lassen sich dann zu einfach auseinanderspielen. Das könnte uns natürlich zu Pass kommen. Es gibt für meinen Geschmack zu große Abstände zwischen den einzelnen Spielern, deshalb unterstelle ich ihnen eine gewisse Anfälligkeit für Schnittstellenpässe, auch eine Qualität, die wir haben. Wenn der Gegner kompakt steht, dann haben sie wirklich Probleme im Spielaufbau. Das heißt, wir können das Ganze auch umdrehen. Auch wir können sozusagen destruktiv spielen. Du musst jetzt nicht unbedingt früh pressen gegen Bremen. Es reicht manchmal schon, wenn du einfach nur eine gute Raumaufteilung hast. Das überfordert die dann schon. Das könnte uns vielleicht auch ein Stück weit helfen. Und wenn wir Ballbesitzfußball spielen, wird Bremen Probleme haben, uns wirklich gefährlich zu werden. weil das Gegenpressing ist aus meiner Sicht bei ihnen nicht so besonders gut, bei uns wiederum sehr gut. Damit haben sie dann auch wieder Probleme. Also es gibt schon deutlich gravierendere Schwachstellen als ja zum Beispiel bei uns. Deswegen bin ich schon optimistisch. Und es gab ja früher auch mal so die Regel, Mensch, wenn der Pavlenka am Tor steht, dann schieß einfach mal aus der Distanz drauf, dann geht das Ding schon irgendwie rein. Leider Gottes hat Ole Werner das vielleicht auch erkannt und hat Pavlenka aus dem Tor genommen. Michael Cetera ist jetzt im Tor. Macht es der besser? Ja, ich glaube, er ist im Spielaufbau ein bisschen besser als Pavlenka. Ob er jetzt dann die Distanzschüsse hält, müssen wir ausprobieren. Also Grüße gehen raus, wer ist da prädestiniert für? Ja, wer kann da mal einen rauslassen? Eigentlich auch ein Dennis Undorf. Alle, ja. Ja, alle und ein Dennis Undorf. Einfach mal so aus 35 Milliliter einen absolut rausgeschnitten. Und die Chirurgie schweißt ja auch ganz gerne mal einen von der Strafraumkante in den Winkel. Absolut richtig. Und dann noch was. Selbst wenn uns nicht viel einfällt, können wir immer noch darauf setzen, dass Werder mit ihrer schlechten Chancenverwertung einfach selbst das Tor nicht trifft. Sie sind mittelmaß in der Bundesliga. Was das größere Problem aus meiner Sicht ist, sie kreieren einfach zu wenig Torchancen. Also es fehlt wirklich oft dieser letzte entscheidende Pass. Da klappt es nicht so gut. Ich möchte jetzt hier nicht aus diesem Segment rausgehen und sagen, der VfB ist haushoher Favorit. Aber der VfB müsste schon viel falsch machen, dass das am Samstag schief geht. Famous last words. Ich weiß. Ich meine, spielt der dritte gegen den? Zwölften. Zwölften. Also insofern ist der VfB haushoher Favorit. Würde ich auch sagen. So, kommen wir auf die Player to Watch zu sprechen und beginnen mit Oliver Demann. Ein Belgier, 23 Jahre alt, spielt im rechten Mittelfeld, kann theoretisch rechtsaußen und linksaußen spielen, ist aber so eher die Kategorie robust. Es ist jetzt nicht dieser filigrane Tempospieler, der über die Außen flitzt. Also nicht der belgische Chris Führig. Nein, absolut nicht. Der ist eher zweikampfstark, zeigt gute Taglings, auch immer wieder gute Blocks. Er hat dadurch übrigens viele Konter ein. Hat eine nicht besonders gute Flankenqualität, was man auch mal anmerken kann. Das heißt, du kannst dich so ein bisschen darauf einstellen, dass wenn er flankt, ist es egal, beziehungsweise wenn du nach innen cuttet, musst du dich schon im Vorfeld richtig positionieren. Das heißt, als Abwehrspieler belegst du die Innenbahn und lässt ihn lieber nach außen ziehen? Ja, würde ich sagen. Er kommt, das habe ich ja gerade eben schon angedeutet, hauptsächlich über die Füße und was da natürlich bei solchen Spielern auch immer mitschwingt, sie haben so eine gewisse Kopfballstärke. Ich habe eher das Gefühl, dass die dann einfach kompromissloser sind und sie denken, okay, wenn ich da jetzt irgendwo mit dem Kopf, mit einem Mitspieler, Gegenspieler, wie auch immer zusammenpralle, ist mir scheißegal. Also sie sind einfach kompromissloser, was das angeht. Also ein sehr robuster Typ, in der Saison schon ein Tor und ein Assist geliefert, aber für mich trotzdem ein sehr interessanter Spieler. Also der kann dich schon einfach auch nerven auf der Bremer rechten Seite. Romano Schmid, ebenfalls 23 Jahre alt, den hatten wir schon mal dabei. Ja, den mag ich. Das ist auch ein sehr, sehr guter Spieler, zentrales Mittelfeld, offensive Ausrichtung, gutes Dribbling, gutes Passspiel. Auch er in dieser Saison bislang mit einem Tor und einem Assist. Ist relativ klein, also wenn Atta da mal den Babbo macht, könnte schon sein, dass er da Eindruck hinterlässt. Und ich mag Romano Schmid auch sehr, muss ich sagen. Ich kann mich erinnern, dass wir den mal als Transfer-Tipp Christian Missenthal in einer SDR-Folge dagelassen haben. Gut, weiß jetzt nicht, ob ich den Tipp immer noch aufrechthalten würde, aber es ist schon ein guter Spielertyp. Gefällt mir ganz gut. Letzter Spieler in der Kategorie, Justin Jimma, 23 Jahre alt, kann offensiv eigentlich alle spielen, Zentrum, Flügel, falsche Neun. Sehr spannender Spieler, sehr schnell, sehr geradlinig, sehr schwer zu verteidigen, stark im Eins gegen Eins, hat jetzt in 200 Minuten zwei Tore und einen Assist geliefert. Letzte Saison noch an den BVB 2 verliehen, die hatten eine Kaufoption für drei Millionen. Oha, das ist schon ordentlich. Eine Ansage für einen Drittligaspieler. Aber er hat tatsächlich auch 21 Minuten in der Bundesliga absolvieren dürfen für den BVB. Wurde einmal eingewechselt, ich meine gegen Leipzig war das der Fall. Ja, auch ein sehr, sehr spannender Spieler. Hätte nichts dagegen, wenn der am Samstag jetzt nicht so in Erscheinung treten kann. Ist der Start? Elf? Eher nicht. Eher nicht. Eher nicht. Aber man weiß nie, was man sich so gegen den V4S einfallen lässt. Aber ja, durch Itos Wegfall hast du natürlich noch ein, ja, einfach auch defensiven Tempodefizit vielleicht, das zu kompensieren gilt. Also, das muss man schon sagen. Ito, ich habe ihn ja mal als nicht ganz so schnell einen Innenverteidiger bezeichnet. Das möchte ich revidieren. Das ist schon jemand, der die 34 kmh erreichen kann. Das wäre schon ganz gut, aber wir haben natürlich hinten die, ja, einfach Verteidigungsmonster, du hast es ja schon gesagt, mit Anton und mit Zagadou. Ja, unsere Türsteher. Die machen das dann über Körperlichkeit. Genau, und nicht jeder Spieler, der schnell ist, sieht auch schnell aus, weil ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich Emre Can sehe in den Top 5, der schnellsten Bundesligaspieler. Ja, war irgendwie gescheatet. Ich weiß nicht, vielleicht ist ja irgendwie sein Transponder, Rainer umgehangen oder so, ich weiß es nicht. Kommen wir zu unserer Ausfallliste. Alexander Nübel, Väter am Dienstag erkältet, sollte aber für Samstag nicht zur Disposition stehen. Sicher ausfallen werden, Hiroki Ito, darüber haben wir gesprochen, Muskelverletzung an der Rückseite des Oberschenkels und natürlich Nikonate, der immer noch nicht wieder fit ist. Das heißt, wir müssen jetzt eine Formation finden ohne Hiroki Ito. Mir persönlich fällt es gar nicht so schwer. Der beste Stenzel aller Zeiten. Ah, okay, dann müssen wir doch diskutieren. Nübel ist klar, Maxi Mittelstädt dürfte seinen Platz aufsichtigen haben, Zagadou und Anton auch. Und ich habe mir die Frage gestellt, ob Rouault oder Wagnumann in die Mannschaft rutscht. Ist Wagnumann wieder soweit? Ist die Frage. Ich kann es nicht abschließend... Also wenn Joscha Wagnumann 90 beziehungsweise 60, 70 Minuten gehen kann, dann bin ich auf jeden Fall bei Joscha Wagnumann. Falls nicht, sage ich Pascal Stenzel. Ist natürlich auch eine Frage der Formation. Wir müssen so ein Stück weit mitbedenken, dass wahrscheinlich Zeru, Girassi und Dennis Undaf im Sturm beginnen werden. Das heißt, du brauchst eine Formation, die dazu ein Stück weit passt, wenn du vorne mit zwei Stürmern spielst. Du kannst natürlich jetzt in der Innenverteidigung mit Zagadou Anton Rouault diese Dreierkette spielen. Hast dann auf der linken Seite Maxi Mittelstädt, auf der rechten Seite Joscha Wagnumann. Wäre auch eine Möglichkeit. Dann müsste aber zum Beispiel ein Enzo Mio weichen. Nein. Und das sehe ich halt auch nicht. Nein, das sehe ich gar nicht. Vielleicht gehen wir das einfach mal von vorne an diesmal. Wir gehen es mal systemisch an. Also Chris Führig ist gesetzt. Ja. Also der ist mit dabei. Dann hast du Dennis Undaf und Zeru Girassi als Doppelsturm, wobei Undaf halt einfach schwimmen wird. Der wird überall sein. Girassi eigentlich auch. Die werden sich abwechselnd vorne drin. Chris Führig wird relativ fest auf der linken Seite eingeplant werden. Da bin ich mir eigentlich sicher. Du hast die Doppelsechs, die steht mit Karazor und Stiller. Du hast Enzo Mio, den du setzt. Also sind schon mal sechs Positionen vergeben. Mit Nübel sind es schon sieben. Dann natürlich Anton und Zagadou sind auch fest verplant. Das heißt, wir haben neun. Mittelstädt, haben wir gesagt, wird auf jeden Fall spielen. Dann sind wir bei zehn. Also jetzt müssen wir uns entscheiden, ob Roux spielt, Wagnumann oder Stenzel. Oder Stenzel. Wen stellst du auf? Boah, das ist so schwer. Also wenn Wagnumann die 60, 70 Minuten schafft, würde ich Wagnumann bringen. Ansonsten tendiere ich eher zu Roux als zu Stenzel. Muss ich sagen. Weil du hast mit Roux natürlich nochmal eine gewisse Flexibilität drin, weil er eben den rechten Halbverteidiger spielen kann, aber auch zur Not den Rechtsverteidiger. Und Stenzel auch. Das ist unheimlich schwierig. Aber wenn du sagst Roux oder Wagnumann und ich sage Stenzel oder Wagnumann, dann einigen wir uns auf Wagnumann und gehen davon aus, dass er 70 Minuten im Tank hat. Dann nehmen wir Joscha Wagnumann und wir führen hier ja kein Protokoll. Das heißt, wir dürfen auch gerne mal. Und keiner kann es nachprüfen, was wir gesagt haben. So sieht es aus. Wir können auch gerne mal falsch liegen. Wir haben noch ein Spiel. Ja. Das steht am Mittwoch an. DFB-Pokal-Achtelfinale. Und da wir erst vor, wie lange ist es her, zehn Tagen gegen Dortmund gespielt haben oder zwölf, ich weiß es gar nicht genau. Aber es ist noch nicht so lange her. Wir haben ausführlich über Dortmund gesprochen. Dachte ich mir, wir werden das jetzt wirklich sehr, sehr kurz fassen und jetzt nicht nochmal erklären, wie Dortmund Fußball spielt und auch nicht die Player-to-Watch uns anschauen, sondern was sind denn deine Erwartungen an dieses Spiel gegen den BVB? Meinst du, das wird schwerer als das Heimspiel vor kurzem? Oder siehst du die Vorteile beim VfB Stuttgart, weil sie mit breiter Brust reingehen, sie wissen, sie können Dortmund schlagen. Dortmund, ich würde mal sagen, mit einem durchwachsenen November, es war nicht richtig schlecht. Du hast das Unschieden gegen Frankfurt gehabt, du bist weitergekommen im Pokal, dann 0-4 gegen die Bayern, dann gewinnst du aber 2-0 gegen Newcastle, danach verlierst du 2-1 gegen Stuttgart oder 1-2, hätte auch 1-4 ausgehen können, dann gibt es den Turnaround gegen Gladbach, liegst 0-2 hinten, gewinnst am Ende noch 4-2, dann gestern das 3-1 gegen den AC Milan. Was erwartest du? Boah, wirklich komplett schwierig, weil ganz Fußball Deutschland hat ja quasi drüber gelästert, wie sich Dortmund hier in Stuttgart hat herspielen lassen. Deswegen würde ich sagen, die kommen hier zurück und sinnen auf Rache. Andererseits haben sie jetzt in der Champions League ihre Todesgruppe vorzeitig gewonnen einfach, also sind halt weitergekommen und haben auch noch ein paar schwere Spiele vor der Brust, weil ich glaube, die spielen jetzt am Wochenende gegen Leverkusen. So ist es. Und ja, also schwierig. Ich glaube, dass das ein Spiel ist, wo dann Terzic sein Team auch sehr, sehr deutlich fokussieren muss drauf, weil ansonsten fällt das Spiel vielleicht so ein bisschen runter, was dann meine Hoffnung ist, weil sie durchaus dann noch schwierigere Aufgaben haben. Und ich hoffe einfach, dass der VfB so auftritt wie in Frankfurt, wie gegen Dortmund zu Hause und einfach das spielt, was das Team kann. Und dann haben wir gute Chancen, halt weiterzukommen. Ich bin wirklich froh, dass der BVB das Spiel gegen Gladbach noch drehen konnte, sage ich dir ganz ehrlich. Ich glaube, wenn sie verloren hätten, wäre Terzic vielleicht auch sogar sein Job los. Unter Umständen absolut richtig. Und du hast natürlich dann auch irgendwann mit der Situation zu kämpfen, dass in der Meisterschaft nicht mehr viel gehen wird. Jetzt hast du wieder die Möglichkeit zurückzukommen. Du spielst gegen Leverkusen, kannst heranspringen. Der VfB ist wieder in Reichweite. Der VfB ist in Reichweite. Aber natürlich schauen die schon auch noch, wie viele Punkte sind es denn bis Bayer Leverkusen. Wir dürfen nie vergessen, Borussia Dortmund ist halt die Mannschaft, die in der letzten Saison am 34. Spieltag die Meisterschaft hätte klar machen können. Ein Tor hätte gefehlt. Dann wäre Dortmund Meister geworden. Hat nicht funktioniert, sei es drum. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn du gegen Gladbach verloren hättest und vielleicht jetzt dann auch noch gegen den AC Mailand verloren hättest, dann richtet sich der Fokus schon auf den Pokal. Weil du willst halt was gewinnen. Klar, und die Bayern sind raus, Leipzig ist raus. Also der Pokal ist dieses Jahr relativ einfach in Anführungszeichen zu erreichen. Und ich glaube, das wäre für uns noch schwerer geworden. So, jetzt, du hast es gesagt, gibt es das Topspiel gegen Leverkusen. Wenn sie beide Spiele gewinnen, jetzt gegen Leverkusen und dann kommt, glaube ich, auch noch eine Partie gegen Leipzig, meine ich. Danach, nach dem Pokalspiel dann. Ja, richtig. So, dann sind sie halt wieder auch voll in der Meisterschaft mit drin. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es Terzic gelingt, diese Mannschaft so zu energetisieren, dass sie alle vier Spiele, alle vier wichtigen Spiele, die sie jetzt haben, also sprich, gegen uns, gegen Leverkusen, gegen Leipzig und natürlich jetzt auch gegen Bayern, musst du ja mit reinnehmen. Ja. Dass sie da wirklich immer die gleiche Intensität abrufen können, weißt du, vor allem gerade bei dieser Mannschaft, das ist halt eine absolut launische Diva. Absolut. Ja, ja. Also, ich rechne uns da schon Chancen aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich würde sagen, im schlechtesten Falle ist es ein Fifty-Fifty-Spiel. Ja, gehe ich mit. Ja, also, ich habe überhaupt keine Angst vor diesem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben Dortmund dominiert, weil wir gut waren. Es war kein Zufall. Dortmund war, ich sage mal, jetzt nicht besonders schlecht, aber natürlich auch nicht wahnsinnig gut, aber es lag an uns. Wir haben das gut gemacht. Wir haben agiert. Wir haben Dortmund davon abgehalten, sich Torchancen zu erspielen. Wir haben Passfenster abgekappt. Wir haben Dortmund eingeschnürt, Schlüsselspieler einfach kaltgestellt. Das waren wir. Das war der VfB Stuttgart. Und das lag nicht daran, dass Dortmund sich wahnsinnig trottelig angestellt hat, sondern wir waren es. Im Gegenteil. Dortmund war sogar in der besseren Position, ging in Führung. Wenn auch unverdient, aber trotzdem. Und ich traue Sebastian Hoeneß zu, dass er der Mannschaft sagen wird, hey, Leute, das war kein Zufall. Wir haben die Qualität. Wir hatten einen guten Matchplan. Wir werden auch wieder einen guten Matchplan haben. Wenn wir so diszipliniert spielen, wie im, ich wollte fast sagen Hinspiel, aber wie im Ligaspiel, dann geht da was. Und ich glaube wirklich, das sind die drei Säulen. Die eigene Qualität, ein guter Matchplan, Disziplin. Und dann kannst du Dortmund aus dem Pokal werfen. Da bin ich überzeugt von. Und die vierte Säule. Die Fans. Das sind die Fans. Ich erinnere mich an das, das war das Halbfinale, gegen Eintracht Frankfurt in der letzten Saison. Was da abging, also Flutlicht, die Fans, auch geile Gäste-Fans werden wir auch wieder haben. Also da hat das Stadion tatsächlich dann wortwörtlich gebrannt. Also auch das ist wirklich ein Faustpfand, was wir da haben. Ja, und gerade an die Fans können wir vielleicht auch noch einen Appell richten. Denkt dran, aufgrund der aktuell angespannten Situation kann es auch am kommenden Mittwoch wieder zu Problemen kommen. Von wem die ausgelöst werden, keine Ahnung, aber stellt euch einfach darauf ein, dass es vielleicht zu längeren Einlasszeiten kommt oder so. Deswegen empfehle ich wirklich jedem, sich einfach angemessen zu verhalten. Ja, Provokationen aus dem Weg zu gehen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, von welcher Seite die kommen, aber wenn sie kommen, dann einfach ignorieren. Macht euer Ding, lasst euch nicht provozieren. Geht am besten ein bisschen früher ins Stadion, trinkt ein Bier oder einen Glühwein. Ich weiß gar nicht, ob es den diesmal wieder gibt. Es gab doch früher immer so eine Glühweinaktion. Stimmt. Im Winter, beziehungsweise wenn es kalt wurde. Ja. Vielleicht gibt es das auch wieder. Wenn nicht, trinkt er halt zwei Bier. Das wirkt dann irgendwann auch wie ein Glühwein. Und freut euch einfach auf einen tollen Pokalabend. Aufstellung. Wir machen jetzt keinen Stadtelf-Tipp im klassischen Sinne. Was ich zu bedenken gebe, Samstag Bremen, Mittwoch Dortmund, Sonntag Leverkusen, den Sonntag drauf gegen die Bayern und drei Tage später gegen Augsburg. Glaubst du, dass Sebastian Hoeneß vielleicht schon gegen den BVB die Rotationsmaschine anwerfen könnte? Nee. Glaubst du nicht? Nee, nicht im Pokal, wenn du schon so weit bist. Naja, das Achtelfinale. aber dann glaube ich eher, dass der Spieler gegen Bremen für Dortmund schonend. Weil in der Liga haben wir einen Punktepolster. Also wenn wir jetzt gegen Bremen nur unentschieden spielen, können wir das verkraften, aber du willst den Pokal gegen Dortmund im Achtelfinale zu Hause nicht ausscheiden. Also wenn Rotation, dann eher gegen Bremen als gegen Dortmund. Da halte ich dagegen. Also ich könnte mir vorstellen, dass du gegen Bremen wirklich die volle Kapelle aufs Feld bringst, was halt geht. Und dass man dann eher gegen Dortmund-Spieler sehen könnte, wie Chong, wie Silas, wie Pascal Stenzel, die ja alle nicht schlecht sind. Es ist jetzt nicht so, dass dann, weiß ich nicht, hier die zweite Mannschaft auf einmal aufläuft. Und das sind alle Spieler, die sehr, sehr nah dran sind an der Stadthelf, die ich aber jetzt zum Beispiel für kommenden Samstag nicht in der Stadthelf sehe, mir aber vorstellen könnte, dass die dann am Mittwoch ihre Möglichkeiten bekommen. Wie gesagt, Chong, Silas, Pascal Stenzel fallen mir da ein. Natürlich Anthony Rouraud können wir dann mit dazu zählen. Oder ein Joshua Wagnermann, der vielleicht dann sein erstes Spiel über 90 Minuten bestreiten darf. Ich bin gespannt, aber ich gebe dir ja recht, wenn ich jetzt gegen Dortmund weiterkomme und sehe, was da sonst noch so im Topf ist, ist das wirklich eine gute Gelegenheit, relativ weit, wenn nicht sogar, bis ins Endspiel zu kommen. Lieber Sebastian Hoeneß, enttäusch mich nicht, wir müssen gegen Dortmund auf jeden Fall mit der besten Mannschaft auflaufen, die du zu bieten hast. Vielleicht kommen die Testspielkönige zurück. Roberto Massimo, Lee Eglau. Das war ein skeptischer Blick. Die können alle gegen Bremen spielen. Nein, ich habe es schon vor Wochen gesagt, ich verliere lieber gegen Union Berlin in der Liga als im Pokal. Natürlich, wir gewinnen beide Spiele, ist ja klar, aber wenn ich mir entscheiden kann, wir haben so viele Punkte in der Liga. Ich will im Pokal weiterkommen. Ich will nach Berlin. Ich kann das so schwer für mich klar formulieren, was ich eigentlich lieber will. Weil im ersten Moment denke ich so, nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Wir müssen gegen Bremen gewinnen. Das ist, und das ist mein Mindset, ein direkter Konkurrent. Wir wollen nicht absteigen und dann musst du die direkten Konkurrenten zu Hause schlagen und dann kannst du dir da keine Blöße erlauben. Aber ich gebe dir ja recht, wir haben wirklich viele Punkte und es ist vielleicht in diesem Jahr so leicht wie noch nie ins Pokalfinale zu kommen, vorausgesetzt, du nimmst diese Hürde Dortmund. Dann sind wirklich diese Schwergewichte eigentlich raus. Ja, die meisten. Leverkusen. Leverkusen, schwierig. Wolfsburg haben wir schon geschlagen. Frankfurt haben wir schon geschlagen. Da geht schon was. Und ich meine, was die Punkten der Liga angeht, wir haben jetzt 27. Wenn man jetzt gegen Bremen gewinnt, fehlt noch ein Sieg und du hast die gleiche Punktzahl wie am 34. Spieltag letzten Saison. Also, ich will jetzt keine Spiele herschenken, aber ich könnte den Punktverlust auch verkraften, glaube ich. Wenn wir im Pokal weiterkommen. Ich mag die Bremer nicht. Das ist mein Problem. Ich kann gegen Bremen keinen Punktverlust akzeptieren. Bremen muss erniedrigt werden. Kommen wir zu den VfB-Frauen. Letzter Spieltag in der Oberliga Baden-Württemberg und es war das Topspiel schlechthin. Der erste Sand 2 traf auf den zweiten den VfB Stuttgart und der VfB hatte nach der Niederlage gegen Weitebene Ost am vergangenen Wochenende etwas gut zu machen. Das gelang auch. Erstmal die Frage vorneweg, Sebastian, warst du vor Ort? Ich hatte es mir vorgenommen, aber ich kam ja erst, ich habe ja Rentner-Style in Frankfurt übernachtet und bin dann erst am Sonntagvormittag zurückgefahren, hatte dann auch kein Auto, war nicht da, habe mir nur die Zusammenfassung anguckt und fand es dann aber auch relativ cool, wie die VfB-Frauen dann den FC Sand 2 niedergerungen haben, muss man fast sagen, unter funzligem Flutlicht bei trübem Novemberwetter. Also ich glaube, es war ähnlich intensiv wie bei den Männern in Frankfurt und eine sehr, sehr reife Leistung, gerade in der Defensive. Gehe ich absolut mit. Von Beginn an war der VfB das bessere Team, wenn du mich fragst, gab den Ton an, da spielte sich kleinere Chancen, es waren keine großen. Trotzdem ging man dann in der 14. Minute durch Julian Castor mit 1 zu 0 in Führung. Da belohnte sich der VfB eigentlich für wirklich einen engagierten Start und wenn du siehst, wie Jana Beuschlein das Tor auflegt, das war auch wieder richtig gut. Dann der Schuss ins lange Eck, das war insgesamt ein sehr, sehr schönes Tor. Also der Abschluss von Julian Castor super abgeklärt, also Unlauf-Style eigentlich. Also fand ich gut. Aber auch die Vorarbeit. Der super, der total. Aber das finde ich auch schön, jetzt hat Jana Beuschlein zwei Spiele in Folge nicht getroffen, aber jetzt trifft jemand anders. Also auch das ist ja so ein reifer Prozess, also man ist nicht auf ihre Tore unbedingt angewiesen, um ein Spiel zu gewinnen. Finde ich auch ein Stück weit eine Entwicklung. Ist absolut wichtig und wenn sie als Vorbereiterin agiert, ist das ja auch völlig in Ordnung. Nur nochmal der Hinweis, wenn ihr es jetzt nicht gerade eh auf YouTube seht, schaut euch das an, wie Jana Beuschlein sich hier wirklich gut gegen zwei Gegenspielerinnen durchsetzte. Das war fast schon Gira Seed-like, muss ich sagen. Und Julian, ja, du hast es gesagt, die macht es dann in Unlauf-Style. Oder vielleicht ist es auch genau andersrum. Ja. Der Seru schaut sich was bei... Und Dennis macht das dann Castor-Style. Genau, bei Beuschlein ab, das haben wir ja schon mal gesagt, sein. Sand wurde nach dem Rückstand dann etwas aktiver, kam auch zu Chancen. Einmal klärte unsere Keeperin Besa Lezi gerade noch so mit dem Fuß auf der Linie oder kurz vor der Linie. Beide Teams hatten zwar ihre Chancen, aber es war jetzt nichts so, was mich jetzt komplett vom Hocker gehauen hat. Es war einfach wirklich ein kampfbetontes Spiel, das der VfB aber wirklich gut bestritten hat. So ging es dann auch in die Halbzeit mit diesem Stand von 1 zu 0 und in der zweiten Halbzeit verteidigten die VfB-Frauen dann wirklich sehr konzentriert. Sand hatte eigentlich kaum nennenswerte Chancen jedenfalls wurden, die nicht in den Highlights aufgeführt. So muss man es eigentlich sagen. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass das manchmal so ein bisschen das wahre Bild verzerrt. Der VfB hingegen brachte sich ein paar Mal in gute Abschlusspositionen. Also da hätte man durchaus Profit draus schlagen können und in der Schlussphase, da wurde es dann nochmal hektisch, wir haben dann zu leicht aus meiner Sicht die Standards hergegeben und da ist natürlich immer ein gewisses Gefahrenpotenzial einfach da. Also das solltest du natürlich vermeiden, dass dann Sand nochmal Standards bekommt, Eckbälle bekommt und dadurch dann vielleicht den späten Ausgleich machen kann. Das ging Gott sei Dank gut, muss man sagen. Es passierte nichts mehr. Der VfB Stuttgart gewann diese ganz, ganz wichtige Partie und ist Herbstmeister. So sieht's aus. Und es war wirklich ein ganz, ganz wichtiger Sieg, nachdem man ja am Spieltag zuvor auf der Wald-Ebene-Ost verloren hatte, Tabellenführung her schenken musste und es war ja dann tatsächlich auch die aller, allererste Saison-Niederlage von Sand 2. So sieht's aus, ja. Das muss man dazu sagen. Der VfB wirklich hart erkämpft. So sieht's aus. Also das ist schon ein Statement gewesen vom VfB, jetzt hier Sand die erste Niederlage beizuführen. Weiter geht es jetzt leider erst, muss man sagen, am 10. März in der Liga. Das ist jetzt wirklich eine lange, sehr, sehr lange, sehr, sehr lange Winterpause, die die Frauen machen und die ist, glaube ich, auch Cheftrainer Heiko Gerber zu lang, weil der lässt ja noch mal weiter trainieren. Der lässt noch mal anderthalb Wochen weiter trainieren und nennt das dann eine Spaßwoche machen. Klingt nach Waldläufen irgendwie. Komm Mädels, wir machen eine Spaßwoche und laufen jetzt einfach jedes Mal irgendwie anderthalb Stunden durch den Wald. Finde ich interessant. Aber die Damen werden natürlich nicht bis in den März irgendwie jetzt faulenzen, denn es geht im Januar schon weiter mit der Vorbereitung und dann werden auch Testspiele kommen und sobald da Termine bekannt gegeben werden, geben wird ihr euch natürlich weiter. Aber man muss sagen, das war nach dem Dauner auf der Waldebene Ost jetzt ein gelungener Saisonabschluss für die Hinrunde. Und wenn wir schon bei Waldebene Ost sind, also das erste Pflichtspiel im Jahr 2024 findet nicht erst am 10. März statt, sondern bereits am 3. März, denn da findet der WFV-Pokal in dem Fall das Viertelfinale statt und zwar in Obertürkheim und zu Gast sind die Frauen von Waldebene Ost. Derby. So sieht's aus. Sehr geil. Da kann es dann also die Revanche geben. Da gibt's die Revanche, ja. Und dann ist Sebastian vielleicht auch da zufrieden und sagt, okay, im Pokal eine Runde weiter, in der Liga verloren, scheiß drauf. Ah, na, 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 da ist was anderes. Da ist was anderes. Ah, okay, verstehe. Lass uns über die U21 sprechen. Die hat sich ganz gut geschlagen. Ja. Gegen Schott Mainz gewinnt man klar mit 6 zu 0. Ja, es gab ein Comeback. Dennis Simon stand wieder im Tor. Ja, endlich. Ja, da konnte man sich drüber freuen. Und was auch ziemlich cool war, in der Startelf standen ausschließlich Spieler, die im VfB-NLZ ausgebildet wurden. Das ist schon ein großer Erfolg, muss man sagen. Ja, ist ein Statement. Ja, das fand ich schon richtig gut. Die Tore erzielten Thomas Castanaras, den kennen wir natürlich von den Profis. In der zehnten Minute traf er zum 1 zu 0. In der 25. dann Barbies Drakas mit dem 2 zu 0. Ein sehr schöner Treffer. Gute Verlagerung, toller Schnittstellenpass auf Barbies und dann eben das 2 zu 0. Lee Eckloff, auch der durfte anschreiben. Kennen wir auch. 27. Minute, 3 zu 0, setzt sich da gut durch und erzielte dann im Fallen das 3 zu 0. Gut gemacht. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, vier Minuten, war man bereits drüber, gab es dann noch einen Vorlaufmeter. Und wenn ihr mal einen Lehrfilm sehen wollt, wie man einen Torwart verläht, dann schaut euch diesen Vorlaufmeter von Raul Paula an. Genauso musst du das machen. Lee Eckloff hat das Ding übrigens rausgeholt, also kriegt da den Kicker-Assist. Der Kicker gibt ja auch Assists für die gefaulten Spieler, die dann den Elfmeter rausgeholt haben. Thomas Castanaras in der zweiten Halbzeit dann zum 5 zu 0 in der 49. Minute, auch wieder ein schön rausgespielter Treffer und bereits sein siebtes Tor im sechsten Spiel für den VfB 2. Sehr ordentlich. Also Tore schießen kann er, das muss das nur noch mal in der Bundesliga zeigen beziehungsweise die Chance überhaupt erstmal dazu bekommen. Und den Schlusspunkt setzt der Dejan Gallien, der auch irgendwie immer trifft, wenn es sein muss. Er macht das 6 zu 0 in der 90. Minute und da konnte man auch wieder gut sehen, wie stark eigentlich die rechte Seite war in diesem Spiel. Da wurde wirklich viel initiiert. Die hatten viele gute Situationen und auch das 6 zu 0 fiel eben über diese rechte Seite. Der VfB hält durch das 6 zu 0 den Anschluss zur Tabellenspitze. Vier Punkte fehlen auf die Kickers und drei auf den FC Homburg. Aber Sebastian, der VfB hat ein Spiel weniger und wenn du die Möglichkeit hast, jetzt zu recherchieren, wie es da gerade aktuell steht beziehungsweise wie das Spiel ausgegangen ist, dann können wir euch sagen, ob der VfB nochmal einen Sprung in der Tabelle nach vorne gemacht hat. Denn ich möchte das ganz kurz noch vervollständigen. Am heutigen Mittwochabend fand das Nachholspiel in Fulda bei der SG Barockstadt statt und es wurde angefiffen um 19 Uhr und Sebastian hat vielleicht jetzt schon das Endergebnis. Ich hätte es gerne. Ich habe es natürlich schon, während du gesprochen hast, recherchiert. Und also erstmal finde ich, ist die SG Barockstadt Fulda-Lehnerts wahrscheinlich die Mannschaft in Deutschland mit dem geilsten Namen überhaupt. Und ich habe natürlich geguckt, was Ed Jung und Wild auf Twitter, das ist nämlich der Account des VfB-Nachwuchses, zu dem Spiel schreibt, und ich würde kurz drei Tweets zitieren, da der Schiedsrichter gespannt im Stau steht, wird die Begegnung erst um 19.20 Uhr angepfiffen. Der Anpfiff in Fulda wurde erneut verschoben. Das Spiel soll nun um 19.45 Uhr beginnen. Und jetzt? Halbzeit in Fulda. Halbzeit in Fulda. Bei schwierigen Platzverhältnissen kommt kein Spielfluss zustande. Chancen sind auf beiden Seiten Mangelware und so gehen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerts und die VfB U21 mit 0 zu 0 in die Kabine. Und das ist ein Spiel, wo ich mir denke, scheiße, dass ich es nicht gesehen habe, oder? Das klingt spektakulär. Und Latest Info von vor 17 Minuten, 63 Minuten. Die U21 ist nur noch zu 10. Barbies Drakas sieht nach einem Foul die rote Karte. Also es steht 0 zu 0 und der VfB ist nur noch zu 10. Es bleibt spannend. Okay, es bleibt spannend. Es kann auch sein, dass die Schiedsrichter frühzeitig abreisen, um dem Abreisestau zu entgehen. Man weiß es nicht. Also dein Bericht hört sich so an, als ob das Spiel eigentlich die ganze Zeit mit dieser Musik unterlegt werden müsste. Schade, dass wir nicht live dabei sind. Schade, schade, schade. Es gibt auch Bilder und der Platz ist komplett verschneit. Ja, ein Träumchen. Okay, wir hoffen, dass es am Samstag, da geht es nämlich dann weiter nach diesem Spiel jetzt in Fulda, für den VfB 2 mit dem Platz keine Probleme gibt. Aber es könnte durchaus sein, denn man trifft auf den Balinger SC und das ist in dem Fall das Balingen am Kaiserstuhl. Ah, also da könnte es schon sein, dass da vielleicht auch das ein oder andere Problem mit Eis und Schnee vorliegt. Müssen wir mal abwarten. Drei Meter Neuschnee. Ja, das wird herausragend. Es gab noch einen Neuzugang für den VfB 2. Die japanische Fraktion wurde verstärkt. Rinto Hanashiro wechselt zum VfB. Japan und der VfB, das ist vielleicht die Erfolgsgeschichte der letzten Jahre, muss man sagen. Ja. Das funktionierte eigentlich immer und diese Erfolgsgeschichte wird fortgesetzt. Der VfB hat sich, wie gesagt, mit Rinto verstärkt. Der wechselt zur Rückrunde zum VfB und verstärkt dann die U21. Wir wissen, wie das läuft, wenn Spieler für die U21 geholt werden. Grüße gehen raus an Hiroki Ito. In dem Fall ist der Spieler 18 Jahre alt, japanischer Junioren-Nationalspieler und derzeit noch für die JFA Academy Fukushima aktiv. Und die Geschichte, wie der VfB auf ihn aufmerksam geworden ist, die finde ich spektakulär, Sebastian. Und zwar hängt das mit einem Testspiel gegen uns zusammen beziehungsweise gegen ein gemischtes Team aus unserer U19 und U17. Damals traf er als Spieler der JFA Academy dreimal und lieferte darüber hinaus auch noch zwei Vorlagen. Das ist schon eine Ansage. Das ist auf jeden Fall eine Ansage. Also ich meine gegen ein gemischtes Team aus U19, U17, gegen den VfB und er ist jetzt 18. Also das scheint kein ganz schlechter zu sein. Würde ich auch mal so sagen. Oder er hat einen guten Tag, also kann ja auch passieren. Wir werden es herausfinden. Eingesetzt werden kann er auf der 10, er kann aber auch auf der 8 spielen, vielleicht sogar auf den Flügeln. Müssen wir mal ausprobieren. Und ja, neben Henry Chase und Rei Okada wird Rinto der dritte Japaner im Team von Markus Fiedler werden. Ja, vielleicht auch ein Teil der Auslandsvermarktungsstrategie. Das kann sein. Wer weiß. Kleiner Teaser auf die Folge am Freitag. Ich sage aber trotzdem noch, willkommen in Stuttgart, lieber Rinto. Ja. Kommen wir zu U19, die, ja, wie soll man es sagen, hatte Schwierigkeiten gegen Hoffenheim. Das Spiel endete 1 zu 5. Es gab richtig auf die Glocke. Wir hatten ja die leise Hoffnung, dass man über einen Sieg nochmal an Hoffenheim ranspringen kann und in Sachen Titelrennen vielleicht ein Wörtchen mitreden kann. Aber ja, das sollte nicht funktionieren. Bereits nach 10 Minuten stand es nach Treffern von Juan Poller und Lars Strobl 2 zu 0 für die Gäste. Dann gelang zwar noch der Anschlusstreffer nach einem Foul-Elfmeter, den Tom Barth verwandelte. Aber noch in derselben Minute stellte dann Marlon Fass den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. So ging es dann auch in die Halbzeit. Ich kann mir vorstellen, dass ja nicht nur die anwesenden Zuschauer, sondern auch Nico Willig hoffte, dass sein Team in der zweiten Halbzeit dann noch eine Schippe draufpacken kann. Es sollte aber genauso weitergehen, wie die erste Halbzeit endete. Das heißt mit Toren der Gäste. Ich tue mich echt schwer damit, aber es ist halt einfach so. Es trifft Kelvin Frees in der 51. Minute zum 4 zu 1 und Paul Henrich in der 64. Minute zum 5 zu 1. Damit war die fünfte Niederlage im zwölften Spiel besiegelt. Der VfB steht aktuell auf Platz 6 in der Liga. Es läuft wirklich nicht so rund bei der U19. Man konnte es vielleicht ein Stück weit kommen sehen, denn es kamen wirklich viele neue Spieler aus der U17 hoch zu Nico Willig. Und du merkst einfach einen Unterschied, ob du jetzt mit 2006ern oder mit 2005ern spielst. Und ich würde mal sagen, die nächste Chance, es besser zu machen, die bietet sich ja schon am Sonntag, Sebastian, um, ich weiß gar nicht um wie viel Uhr, aber am 3.12., das kann ich dir sagen. Es geht gegen die Bayern. Die liegen aktuell auf Platz 5. Zwei Punkte vor uns. Also let's go. Du kannst nochmal einen Sprung machen. Genau, und gerade in den Jugendmannschaften macht natürlich der Jahrgang einen Riesenunterschied. Und es macht ja sogar einen Unterschied, ob die Spieler früh im Jahr oder spät im Jahr geboren sind. Also insofern ist das vielleicht auch ein Stück weit erwartbar. Und vielleicht ist auch unter den Voraussetzungen Platz 6 jetzt gar nicht so schlecht. Ja, also ich gehe davon aus, dass wir in der kommenden Saison deutlich besser abschneiden werden. Genau. Das möchte ich schon mal sagen. Und ein wichtiger Spieler fehlt ja auch, der U19. Und das ist Max Herwerth. Richtig. Denn der ist nach wie vor in Indonesien. Und der VfB wird sich ein Stück weit traurig sein, dass er nicht da ist, aber sich ein Stück weit freuen. Denn die U17-Nationalelf steht im WM-Finale. So sieht's aus. Gestern im Halbfinale gegen Argentinien weiterkommen. Das war ein wildes Spiel. Das war ein komplett wildes Spiel. Ich hab's mir angeschaut und es war wirklich komplett irre. Peres Brunner weiß ich, hat die deutsche Nationalelf mit 1 zu 0 in Führung gebracht. Dann sah das alles ganz gut aus. Dann gibt's dieses neue Wunderkind bei den Argentiniern, Roberto, der dann die Mannschaft sozusagen zurückbringt mit einem Treffer in der 36. Minute und dann nochmal kurz vor Halbzeitpfiff die Führung sozusagen rausschießt. Genau, also du gehst mit der ersten Chance in Führung, gehst dann mit dem Rückstand in die Halbzeit und gehst dann wieder mit einer Führung eigentlich Richtung Abpfiff, weil dann führte die deutsche Nationalmannschaft wieder und kriegst dann, glaube ich, in der 97. noch den Ausgleich, oder? Brutal. Gespielt wurde übrigens bis zur 100. Minute. Also auch das ist ziemlich krass. Ohne Verlängerung ging's dann direkt ins Elfmeterschießen oder eigentlich ja schon ein Stück weit mit Verlängerung bei 100 Minuten. Und da war's dann auch nochmal komplett wild. Die Argentinier verschießen die ersten beiden Elfmeter, beziehungsweise die werden gehalten. Und auch Deutschland verschießt noch einen Elfmeter, aber letztlich souverän mit 4 zu 2 nach Elfmeterschießen ins Finale eingezogen. Genau, Max Herbert wurde fürs Finale geschont, glaube ich. Ja, richtig, das war der Plan. Den brauchen wir jetzt gegen Frankreich, denn das Spiel findet dann am Samstag statt. Und das ist natürlich ein Riesenerfolg, muss man einfach mal sagen, für den DFB ist es zum ersten Mal, dass U17... Ich hab's jetzt seit 38 Jahren oder so, hab ich heute gehört im Radio. Oder erstmals, keine Ahnung. Genau, also ich glaube, das U17-WM-Turnier wird auch erst seit 38 Jahren. Ja, dann ist es wahrscheinlich zum ersten Mal. Ich weiß nicht, aber zum ersten Mal, seit ewig auf jeden Fall, steht eine deutsche U17-Mannschaft im WM-Finale. Und das WM-Finale ist die gleiche Partie wie im EM-Finale. Und das fand im Juni statt, muss man dazu sagen. Ist noch nicht so lange her. Und damals gewann Deutschland mit 5 zu 4 nach Elfmeterschießen. Gegen Frankreich. Und die Partie gibt's auch am Samstag wieder. Und zwar um 13 Uhr, und zwar unserer Zeit. Also ihr könnt euch das zum Warm-up auf das Dopp-Spiel dann gut reinziehen. Und es kommt auf Sky Sport News und man kann's kostenlos gucken, den Stream auf der Webseite. Und wahrscheinlich auch über die normalen Sender. Also, ja, guckt euch an und drückt die Daumen. So sieht's aus. Eine Meldung haben wir noch. Fabi Bredlow, Sebastian, verlängert seinen Vertrag. Das ist der Anfang, würde ich sagen. Denn 2024 laufen beim VfB die Verträge von insgesamt sechs Spielern aus. Einer wurde jetzt verlängert, eben der von Fabian Bredlow. Nur der Vollständigkeit halber, die anderen sind Pascal Stenzel, Lee Egloff, Genki Ragucci, Roberto Massimo und Flo Schock. Ich würde behaupten, da wird nicht jeder verlängert. Würde ich auch sagen. Dein Tipp, wie viele, du musst nicht die Namen nennen, aber wie viele. Der genannten fünf werden denn noch mit einer Vertragsverlängerung rechnen dürfen? Zwei. Okay. Ich sag einer. Mal gucken, was am Ende dabei rauskommt. Also, Fabi Bredlow bleibt, ist auch schon seit Sommer 2019 hier bei uns und steht zwischen den Pfosten. Er gehört mittlerweile zu den dienstältesten Profis hier bei uns im Kader. Die anderen sind übrigens Silas, Atakan Karasor und Pascal Stenzel, die seit 2019 hier sind. Und Roberto Massimo ist rein, wenn man es genau nimmt, seit 2018 in Stuttgart, wurde er aber gleich wieder verliehen an Bielefeld. Deswegen würde ich sagen, fällt er da nicht mit rein. Und war zunächst auch noch in Portugal. Das stimmt. Das waren die schönsten Jahre. Für ihn. Das muss ich dazu sagen. Ja, aber bestimmt toll da. Insgesamt hat Fabi bislang für den VfB 35 Pflichtspiele bestritten. 20 in der Bundesliga, 4 in der 2. Liga und 11 im Pokal. Der Copa-Keeper. So sieht es aus. Absolut richtig. Und er ist ja nicht nur ein Faktor praktisch im Tor, sondern wirklich auch wichtig für den Kader, muss man sagen. Er ist nicht ohne Grund Teil des Mannschaftsrats und wirklich ein Leader auch in der Kabine. Also, es ist wirklich ein wichtiger Spieler. Und was ich immer wieder beeindruckend finde, er nimmt die Situation um das Rennen der Nummer 1 wirklich sehr professionell an. Also, er war ja schon ein paar Mal kurz davor, sich diesen Nummer 1-Status zu holen. Und ich weiß, dass ein gewisser Tim Walter sich mal überlegt hat, den Kobel, den nehme ich raus. Ich stelle den Bredlow rein, denn der Bredlow ist in Sachen Entscheidungsfindung einfach schneller als der Kobel. Gut, war eine Fehleinschätzung am Ende. Dann würde ich sagen, ist Gregor Kobel vielleicht doch der bessere Torhüter. Also, dann hat Gregor natürlich seinen Kontrahenten Flo Müller aus dem Tor verbannt, muss man sagen. Unter Bruno Labbadia wurde dieser Wechsel vorgenommen. Und dann durch Verletzung gestoppt eigentlich. Ja, man muss sagen, er hat sich, glaube ich, schon eine Menge ausgerechnet für diese Saison. Ich glaube, die 1 hat er sich nicht ohne Grund geholt. Dann kam aber Alex Nübel und trotzdem nimmt diesen Kampf wieder an und gibt alles im Training. Akzeptiert seine Rolle, ohne sportlich nachzulassen. Im Gegenteil, er greift wirklich jedes Mal wieder voll an. Und wir können uns glücklich schätzen, so eine Nummer 2 zu haben, wenn du mich fragst. Absolut. Ja, finde ich richtig gut. Nee, weil das ist ja schon eine spezielle Rolle. Du brauchst halt zum einen jemanden, der sich halt dann auch im Zweifelsfall 34 Spiele auf die Bank setzt, ohne halt irgendwie zu murren. Aber auf der anderen Seite auch jemanden, der halt Gas gibt und sagt, hey, ich will aber immer noch Nummer 1 sein und auch im Training Gas gibt und die Nummer 1 halt immer wieder fordert. Und ich glaube, dass Fabi Bretto da der perfekte Typ für ist. Sehe ich genauso wie du. Und dann gibt es ja auch noch eine neue Entwicklung in München. Ja, normalerweise gebe ich, jetzt soll ich gerade ein Chipwort sagen, wirklich nicht viel darauf, was in München passiert. Aber in dem Fall schon, denn sowohl Manuel Neuer wie auch Ulle haben ihre Verträge verlängert oder verlängert bekommen. Genau, bis 2025. Was bedeutet das jetzt für unsere Nummer 1? Alex Nübel, kurz vielleicht zur aktuellen Konstellation. Alex Nübel ist für ein Jahr vom FC Bayern an den VfB Stuttgart verliehen. Es gibt offiziell keine Kaufoption oder Kaufflicht. Und wichtig ist, sollte der VfB Stuttgart jetzt zum Beispiel noch mal eine Laie bis 2025 anpeilen, müsste Alex Nübel erstmal seinen Vertrag in München verlängern. Denn der läuft noch bis 2025 und du darfst laut Statuten nicht mit einer Laie in das letzte Vertragsjahr gehen. So, das heißt jetzt, verlängert der VfB die Laie, müsste Nübel auch München verlängern. Ich gehe fast davon aus, dass die Bayern ihn abgeben wollen im Sommer. Was dann natürlich schwierig wäre, wenn man als VfB Stuttgart im Hinterkopf hat, dass Dennis Seim langfristig die neue Nummer 1 werden soll. Also ich glaube, mein Traumszenario wäre, die Bayern verlängern den Vertrag mit Alex Nübel langfristig und verleihen ihn sofort wieder noch ein Jahr zum VfB. Und man signalisiert halt Dennis Seim, okay, ein Jahr bist du Nummer 2 vielleicht, noch Nummer 3 und danach bist du halt dran. Weil wenn die Bayern natürlich jetzt Alex Nübel abgeben und der VfB hatte Möglichkeit, ihn zu kaufen, würde natürlich die Torwartposition beim VfB auch langfristig wollen. Und das werden dann, glaube ich, relativ interessante Vertragsgespräche. Ja, es wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, wie sich die Bayern entscheiden. Weil ich glaube, eine Vertragsverlängerung macht für Nübel nur dann Sinn, wenn er wirklich, wirklich die Möglichkeit hat, der Nachfolger von, wie heißt der Typ, Manuel Neuer zu werden. Ja, ja, der ist das, das habe ich schon. Der Skifahrer, ja. Nie gehört von dem. Ja, auf jeden Fall, nur dann macht es für ihn eigentlich Sinn, den Vertrag zu verlängern. Andernfalls kann er sich jetzt in eine super Situation bringen. Er spielt beim VfB sehr, sehr gut. Er wird Angebote bekommen von potenten Vereinen. Die Insel wird wieder rufen. Und dann wird es halt spannend zu sehen sein, ob er theoretisch bereit dazu wäre, beim VfB auf Geld zu verzichten, um hier regelmäßig zu spielen. Für den VfB ist es natürlich eine gewisse Frage, ab wann trauen wir Dennis Seimann zu, die Nummer 1 zu übernehmen. Weil wenn du dann Nübel verpflichtest, bin ich absolut bei dir, kannst du nicht nach einem Jahr da einen Torwartwechsel wieder vornehmen. Das heißt, man müsste da ein Modell finden, mit dem alle leben können. Und für mich wäre es vielleicht zu viel gezockt, wenn man sagt, okay, man holt den Nübel, man verpflichtet ihn und nach einem Jahr hofft man, dass man jetzt, weiß ich, einen Abnehmer findet, der eine ähnliche Summe auf den Tisch legt, wie die, die der VfB nach München schieben müsste. Das ist eine tricky Situation. Aber ich glaube, zumindest mal für Alexander Nübel ist es ganz okay. Für Alexander Nübel ist es halt komplett komfortabel, weil er, selbst wenn die Bayern ihn abgeben wollen, ist er nach der Saison ablösefrei. Und wenn er bei uns jetzt eine geile Saison spielt, also er muss ja nur so weiterspielen bisher, ich glaube, dann stehen ihm alle Türen offen. Weil zum Beispiel, guckst du nach Leverkusen, Radetzky ist 34, Leipzig ist, glaube ich, auch jetzt irgendwie die Torwartssituation, finde ich. Ja, Blaswig macht schon einen guten Eindruck. Finde ich jetzt nicht so, aber könnte besser gehen. Aber der kann ja überall hingehen. Er wird Optionen haben, keine Frage. Wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre es tatsächlich so, dass der VfB schon gerade irgendein Modell findet, um mit Alex nochmal eine weitere Laie hinzubekommen. Mindestens mal für ein Jahr. Vielleicht kann man ihn auch verpflichten und das dann mit Dennis Simon so regeln, dass er dann ein, zwei Jahre verliehen wird. Das ist halt wirklich jetzt interessant, dass wir aus einer Situation der Schwäche jetzt plötzlich in so einer starken Situation sind, dass wir gar nicht wissen, was wir machen sollen. Und im Endeffekt, wenn man es jetzt mal ganz hart betrachtet, müssen wir auch eher darauf bedacht sein, dass der VfB jetzt einen geilen Keeper im Tor hat, als darauf zu gucken, dass der VfB das nächste Torwart-Talent langfristig entwickelt. Also insofern würde es mich auch freuen, wenn Alex Nübel noch ein bisschen da ist. Mittelfriststrategien, auch das ein Thema am Freitag. Absolut. Gut, Sebastian. Jetzt noch eine Frage. Willst du noch was über die Collectibles wissen von mir? Ja, ja. Ich klappe meinen Laptop zu. Weiß ich gar nicht jetzt. Lehne mich zurück. Hast du eine Frage? Ich stehe hier im Kreuzverhör. Sebastian, hau raus. Hast du denn jetzt einen goldenen Hildebrand bekommen für deine Einsprechtätigkeit? Nein, ich habe weder einen goldenen Hildebrand noch einen goldenen Kakao bekommen. Ich hoffe noch ein bisschen auf die goldene Himbeere für mein schauspielerisches Talent. Also sonst noch Investigativfragen? Nee, Investigativ nicht, aber wir haben ja vor einem Jahr gab es ja mal das digitale Trikot. Ja. Das ist ja mittlerweile, ich glaube, die Firma ist ja pleite. Richtig. Und das digitale Trikot ist gelöscht. Glaubst du, dass wir im Dezember 2024 noch über die Collectibles reden? In meiner Position. Also Leute, ich empfehle euch, euer Geld sinnvoll auszugeben. Und aus meiner Sicht sind Menschen, die sich digitale Bilder für 250 Euro kaufen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Also bis nächste Woche. Macht ein Sparbuch oder so. Oder Sparbrief oder Festgeld. Oder Sparsprache. Gebt euer Geld sinnvoll aus. Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020